Ach übrigens, findest du mich eigentlich hilfreich? Auswahlmöglichkeiten, ohne dich wäre ich verloren, auf dich ist Verlass. Das ist keine Antwort auf die Frage. Auch der Rotom braucht ehrliches Feedback. Wo ist die dritte Option? Lass mich in Ruhe. Oder wie wäre es mit, antworte mir nur, wenn ich dich etwas frage, Rotom. Du bist eine Maschine. Gehorche mir. Hallo Mr. Happens. Haben die Lumas heute schon gesprossen? Gesprossen. Neon. Dankeschön für 53 Monate. 53 Monate. Das ist viel zu viel. Hallo Anne. Lass uns mal hier ein bisschen im Gras rumsuchen. Ist hier überhaupt Gras? Ich könnte hier mal angeln. 53 schon ist krank. Ja. Ich glaube, ich erinnere mich noch, wie du hier gespawnt bist auf einmal. Hallo Yoshi. Jedes Radar war eins dabei unter 100. Es ist nur schade, dass bei jedem Luma Catch automatisch das Radar bricht. Ich habe keine Ahnung. Hallo Lurki. Okay, wir haben hier ein Corazon. Habt ihr nicht gesagt, dass wenn Corazon da ist, gibt es die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gastella erscheint? Das heißt hier Corazon. Das heißt hier Corazon, Usum, Route 9. Ist das Route 9? Ja. Und da steht hier bei Corazon, Gastella. Angel. Blubbernde Stelle. Gastella. 5% nur Corazon. First Try Corazon. Das darf ich ja gar nicht verkacken jetzt. Und sie rufen immer, ne, sie rufen wahrscheinlich nur zu, wie, was habe ich heute gelesen? Ein Zwölftel? 8%. Okay, schauen wir mal. Hast du wahrscheinlich Giratina und Regidrago? Nö. Machen wir... Was ist das? 60. Ich bin 18. Okay, Pfund. Ist Gastella nur weiblich? Gastella. Gastella ist... Nee, 50-50. Okay, Pfund ist ein bisschen zu schwach. Aber jetzt sind's durch. Hallo Sandwich-Gatzel. Hallo Candyman. Okay, warte mal. Corazon heilt sich? Nee, nee, nee. Du sollst... Du sollst nach Hilfe rufen. Please. Ich mach das nur Genesung jetzt, die Game-Set. Ich mein, ich hab hier zufällig jetzt ein Corazon. Warum soll ich die Gelegenheit nicht nutzen und jetzt versuchen, Gastella zu finden? Ohne eure Hilfe wüsste ich das gar nicht, dass Corazon, äh, das Gastella hier erscheint. Was finde ich ziemlich cool ist. Aber lasst mich das nochmal überprüfen. Ich kann euch ja nicht alles glauben. Es ist wirklich die einzige Möglichkeit, Gastella zu bekommen. Usum. Route 9. Mehr von Mele, Mele. Mehr von Mele, Mele. Ist Gastella... Nicht in der Liste. Nope, Corazon. Vollkommen richtig. Und hier, wo ich gerade bin, auch nur... Krass. Echt? Immer Cor... Ich mein, das macht wahrscheinlich Sinn, weil Corazon ist eine Koralle. Gastella ist vielleicht ein Korallenfresser. Und deswegen gehören die immer zusammen. Hallo Scoutli. Hallo Kühner. Ich weiß noch nicht, wie ich jetzt Corazon in den roten Bereich kriegen soll. Weil das macht die ganze Zeit Heilung. Und das ruft auch gar keine Hilfe. Soll ich mal ein stärkeres Pokémon rufen? Aber dann hab ich Angst, dass ich's töte. Hätte ich doch nur Trugschlag, Arboretos. Ballonk ist mein Schwächstes. Vom Glut wird doch Corazon wohl aushalten. Hallo Verox. Hast du ein Zitter-Obs? Nee. Aber ich... Ja, ich hab davon schon jetzt... Ich hab heute ein bisschen nachgeforscht, wie hier so Sachen funktionieren. Ich kann mal gucken, ob ich Zitter-Obs hab. Aber ich hab nie was gekauft. Das sind die einzig beiden, oder? Fangbon? Oder sind die woanders auch? Zitter-Obs. Paraheiler. Prunus-Beere. Nee, die Orbs sind... Glau... Ah doch hier. Statuswerte-Bong. Fangbon? Nee, das ist... Nee, nee, nee. Nee, ich hab's... Hab nix. Aber es hat gerade was gerufen. Es ist nur noch zu stark. Zitter-Nicht. Stimmt. Was war das nochmal dumm? Zitter-Nicht. Zitter-Nicht. Zitter-Nicht-Immer 40. War das Drachenwut? Verwechseln wir Drachenwut und Drachenatem. Oh mein Gott. Stimmt, es ist ja nur Level 16. Das heißt, es hat wahrscheinlich gerade mal irgendwie 45 KP. So, Problem ist, ich hab keine Attacke. Dann muss ich jetzt die ganze Zeit Pokémon wechseln. Und jetzt heilt es sich eh wieder. Du hast gestern auch mal wieder Gen 7 angefangen. Und macht's Spaß. Hallo, Digital. Für deinen Formdecks hätte ich noch ein Quaffaff in der Herrscherform über. Brauchst du das noch? Ich hab das selber. Ich hab alle... Ich hab einen kompletten Livingdeck seit drei Jahren oder sowas. Living Formdecks. Dankeschön. Ich hab alles seit... Seit Jahren. Aber... Was ich ja mache, ist der Origin-Deck. Das heißt, ich sorg dafür, dass alles von mir selber gefangen ist im Pokéball. In der Gen, wo es das erste Mal vorkam. Ähm... Und wenn du's mir gibst, ist es ja nicht ordentlich von mir. Also... Das würde daran nix ändern. Sandwich-Katze, du bist ein Eboli. Viele Leute würden sich darüber freuen. Hallo, Dave. So, jetzt heilt sich dieses Corazon schon wieder. Drachenmuth ist aber echt geil, wenn's komplett voll ist. Aber ich muss einfach warten. Ich lass doch jetzt dieses Corazon nicht einfach weggehen. Es ist doch perfekt, dass es gekommen ist, zufällig. Aber ein paar Pokémon kann nur einmal Hilfe holen, ohne Einfluss von Zitter-Op. Wo steht das? Wo steht das? Ein paar Pokémon können nur einmal Hilfe holen? Wo steht das? Nein, nicht Mollung. Nein, nicht Mollung. Hallo, Jay. SOS-Chain 194 und ich kille aus Versehen das Pokémon, das ich seit Runde 1 am Leben halte. Shit. Alle Pokémon können nur einmal Hilfe holen. Stimmt doch nicht. Ich hab schon so oft Kämpfe hier gehabt. In den letzten zwei Tagen, die die ganze Zeit Hilfe geholt haben. Ohne Ende. Nein. Vielleicht gibt's ein paar, die das machen. Ich weiß es nicht, aber... Das würde ziemlich jeder Shiny-Hunt komplett unnötig machen. Aber ja, ich weiß, es gibt den Zitter-Op, aber den musst du nicht benutzen. Äh, wer kann denn eine Nichts-Attacke? Alle meine Pokémon machen das jetzt... Oh, ich muss die ganze Zeit Pokémon hin und her wechseln. Herrscher sind eine Ausnahme. Ich rede nicht von Herrschern. Zeig mir die Wikipedia-Seite, wo das steht. Und ich glaube dir, dass... Wiederheil macht Schaden, oder? Aber es ist ja eh ziemlich noch am Leben. Aber ich bin viel zu stark. Ich muss hin und her wechseln. Heil dich, Korazon. Heil dich. Damit ich dich Drachen wuten kann. Du liebst Egoli? Sehr gut. Hallo Scarlight. Hallo Florimon. Die Scheinheit-Methode in dem Spiel besteht daraus, dass das Pokémon mehrmals Hilfe ruft. Ja, aber du benutzt halt immer Zitter-Ops. Aber ich bin mir auch sicher, dass du nicht Zitter-Ops benutzen musst. Es geht halt schneller dadurch. Kannst du dich mal heilen, Korazon? Du hast die ganze Zeit Genesung gemacht. Wie holst du dir das fehlende Käppikachu? Ich werde mir das hier holen. Ganz einfach. Das holt man sich einfach. Das ist nichts Besonderes. Okay, wir haben einen Link von Kühner gekriegt. Wir gucken, wir gucken, wir gucken. Kleinsteiger-Kampf. Hier, Leute. Kühner hat vollkommen recht. Hier steht's. In Pokémon Ultrasonne und Ultramond. Ruft ein Pokémon pro Kampf maximal einmal ein Mitstreiter herbei. Sofern kein Zitter-Op eingesetzt wurde. Hier steht's. Frage ist, ob es einmal erfolgreich einruft. Also es hat noch nicht erfolgreich etwas gerufen. Ich könnte jetzt noch warten, bis es erfolgreich etwas ruft. Aber es ruft maximal einen Mitstreiter. Einmal einen Mitstreiter. Das ist ja krass. Kühner, es tut mir leid. Du hast vollkommen recht. Also zumindest steht es hier. Hier steht halt Ultra. Das heißt, vielleicht in Sonne und Mond ist es noch anders gewesen. Es kann vorkommen, dass die Hilferufe eines Pokémon nicht von einem Freund, sondern von einem Feind erwidert werden. So erscheinen die gelegentlich Zobiris und Rokaras. Ebenso reagieren Gastella und Agrostella auf die Rufe. Geschwächter Corazonen attackieren sie dann. Moment, sehe ich das richtig? Achso, das Gastella kommt und tötet dann das Corazon, weil Gastellas Korallen zerstören. Wie lustig. Das heißt, das Gastella wird gerufen und es macht einfach Corazon kaputt. Was aber lustig, also was blöd ist, weil ich brauche ein Männchen. Das heißt, wenn ein weibliches Gastella kommt und es tötet meinen Corazon, ist ja dann richtig gemein. Das ist wie bei Sengon Vipitis. Sengon Vipitis steht jetzt hier nicht. Kommen die in Usum überhaupt vor? Hier steht nur Zobiris, Rokara und Gastella und Agrostella. Ein anderes Beispiel sind Carpador und Garadus. Echt? Garadus bringt die Carpadore um? Ja, wegen Rivalen. Ja, ich finde das nur witzig. Also vielleicht haben sie nicht alle aufgelistet, aber hier stehen nur die zwei Paare. Oh, warum denn Carpador und Garadus? Das ist voll Asso. Okay, das heißt, ich muss jetzt dieses Corazon... Ich habe einmal geangelt und es kam direkt ein Corazon. Ich dachte mir, jetzt nutze ich die Gelegenheit. 5% Corazon ist einfach first try erschienen, zufällig. Aber gut, dann... ...hau ich dich weg. Und jetzt heilst du dich. So, das schreibe ich mir aber direkt auf. Ich fühle mich, was Kühner gesagt hat. Äh... Maximal ein Mitstreiter. Corazon. Das ist ja blöd, ey. Jetzt, ich sage euch, ich suche jetzt... ...locker wieder 3 Stunden nach überhaupt, dass ein Corazon kommt. Wahrscheinlich schämt sich Garadus für seine Jugend. Ey, vielleicht bringt das Carpador auch die Garadus um. Hallo Demon King. Und nur mit Sit-Up kommen dann immer mehr. Anscheinend, laut Poke-Wiki. Gibt es nicht Pikachu mit verschiedenen Mützen? Richtig, die habe ich aber alle. So, Sword of the Demon King. Du bist ein Mordscher. Henriette, du bist fast ein Sandan. Es ist fast genauso schön. Du bist ein Braner-Warz. Lurki, du bist ein Metang. Und Isa, du bist ein Ad-Murai. Hallo Daniela. Lasst uns, lasst mich mal jetzt Zitter-Obs kaufen. Nicht, dass ich das jetzt mache, aber dass ich welche im Handgepäck habe, falls. Man braucht ja nur einmal einen Zitter-Obs einsetzen. Es ist ja noch nicht mal so, dass man die ganze Zeit Zitter-Obs einsetzen muss. Einer hätte ja jetzt gereicht, dass Corazon die ganze Zeit Gastellas ruft. Ich frage, ob es hier welche gibt überhaupt. Ich glaube, die gibt es nicht überall, ne? Ich habe ja das Geld. Hallo Itachi. Okay, schade. Warte, ich hole mich noch. Oh, schade. Es wäre so gut gewesen. Oh, wir haben schon wieder was Krasses hier. Was macht ihr denn? Okay, macht mal alle eure Spirits, damit ich nicht die ganze Zeit unterbrechen muss. Wenn ihr jetzt Bock habt, macht jetzt Spirits, dann gucken wir sie alle an. Ich mache gleich die drei. Okay, wir gehen weiter. Habe ich nicht überhaupt geheilt? Ich glaube, ich bin rein und raus gegangen, ne? Ich bin nur rein und raus gegangen. Man kann das sein, dass Fluffeluf echt nicht flüchten will? Ich glaube, die Rolle ist leer. Ich glaube, die Rolle ist leer. Oh, 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 oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, wer hat das gerade gemacht? Brian. Brian. Ja. Macht nicht Spirit. Die Rolle ist, glaube ich, leer. Ich hole eine neue Rolle. Anne und Brian, ihr habt... ...verkackt. Wir können versuchen zu entziffern, was das hier sein soll für Brian. Kühner, du bist ein Hut-Hut. Yoshi, du bist ein Zeraora. Schon wieder. Gestern hatten wir auch Zeraora. Was soll das? Toni, du bist ein Voltenso. Tiny, du bist ein... Ähm, 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 ähm... ...Cara... ...Cara... ...Caranestro. Wer ist das? Caradonis. Und Sinister, der erste Zettel der neuen Rolle, du bist ein Knarxel. Und Brian und Anne bekommen ihre Punkte zurück. Ihr könnt's aber heute nicht einsetzen. Sorry. Sorry. Und jetzt gehen wir anscheinend... Okay, lass mal, spaßeshalber... ...einmal noch hier eine Angel reinschmeißen. Und wenn jetzt auch Corazon da ist, dann ist es ein Zeichen. Ja, ich hab sie verscheucht. Verdammt. Was ist mit der Grafik los? Scheiß Spiel. Libiskus. Moment, ist Libiskus? Ist aber... Warte mal, Libiskus ist Gen 3, ne? Libiskus ist Gen 3. Ja, ja. Okay. Ja, ja, kill mein Fluffelhoff ist okay. Sollte ich Fluffelhoff wegtun, wenn ich jetzt... Aber ich kämpfe nicht gegen den Herrscher, glaube ich. Sondern ich kämpfe jetzt gegen die Insel-Herren. Herren der Insel. Und das ist... Wo überhaupt? Da oben. Okay, also ich war richtig. Aber jetzt bin ich falsch geflogen. Ich sag mal so, ohne diese tausenden Dialoge ist das ein gutes Spiel. Nö. Prani, du bist ein... Prani, du bist ein... Ähm... Probanze, Probanze. Habe ich es jetzt viermal durchgespielt. Mir ist aufgefallen, ich muss es ja doch viermal durchspielen. Es reicht gar nicht einmal jeweils. Was soll ich hier? Geht's da lang? Ja, da muss ich lang, genau. Es reicht, ich... Weil das Dumme... Weil das ja hier das erste Leggy ist, das ich entwickeln kann. Oder ist es das erste Leggy gewesen, das ich entwickeln kann? Ja, oder? Also ich muss ja viermal durch, weil ich brauche Kosmok, Kosmovum, Lunala und Solgaleo. Oder sagt ihr mir, ich kriege ein Kosmok und ein Kosmovum. Also kriege ich nochmal ein Kosmok. Das entwickelt sich sogar zweimal. Eben. Schaffst du es, meinen Fluffeluft zu killen? Aber wir müssen ja nicht so knallhart sein zur Fluffeluft. Man bekommt ein Kosmok und halt das Cover-Leggy. Achso, also ich... Ich weiß, dass ich das Kosmok natürlich kriege. Das heißt, ich entwickle nicht das, sondern... Ich kann das Leggy fangen und bekomme einen Kosmok. Dann muss ich nur zweimal spielen. Vergisst Typ 0 und Mikro nicht, aber das ist ja normal. Da ist ja nichts Besonderes. Na ja, dann. Okay. Das ist ja krass. Man kriegt das Baby und das Leggy. Ah, Moment. Ich habe gegen sie verloren gestern, gell? Uff. Na dann reicht zweimal. Juh, Gott sei Dank. Kosmok kriegst du auch? Ja, und Moskito kriege ich auch. Und Radfratz kriege ich auch. Was meinst du? Natürlich kriege ich eine Krossma. Los, Huffelauf. Ich werde die später X-Bad haben. Bitte. Los, mach Pfund. Wird eigentlich Bitterkuss, wäre besser. Aber Sigartzellen, wegen 10% Sigart, bekommt man nur in Sonne und Mond die Zellen. Warum sagt das jeder? Nein, oder? Gefühlt jeden Tag sagt es jemand und dann jedes Mal sage ich, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht. Warum sollte ich nur in Sonne und Mond die Zellen kriegen? Das würde ja bedeuten, ich würde keinen 100% Sigart hier machen können, oder? 124 und 182, also Rosana und irgendein Gen-2-Mon. So gesehen hast du beide Legis in einer Edition, würde dann aber die Wolke und das andere fehlen. Nein. Also, außer man ist dumm und entwickelt es. Hä? Ich bekomme Lunala und ein Kosmok. Dann bekomme ich Solgaleo und ein Kosmok. Und das eine Kosmok entwickle ich. Dann habe ich alle vier. Wie viel Sigart brauchst du? Drei. Und ich bekomme vier. Sie setzt Monung ein. Da habe ich keinen Loser-Diener dabei. Hallo, Wirbelsturm-Uwe. Er ist auch hier. Dankeschön für 49 Monate. Dankeschön. Du brauchst die Teile nur in Teil 1 sammeln. In Teil 2 kannst du 50% fangen und 50% kriegst du geschenkt. Genau genommen kann ich 50% fangen und krieg 10% geschenkt. Die haben aber Aura-Umkehr. Und mit dem Sigart-Würfel mache ich dann aus Aura-Umkehr Scharwandel, oder? Nein. Einfach immer Nein sagen. Entwickelt sich der Bus hier mit Donnerstein? Nein. Du musst zu einem Magnet-Felsen, oder sowas. Ich läuke nach wie vor so gerne hier rum. Weird. Cringe. Dankeschön. Hey, du bist ganz schön stark. Stop it. Danke, Uwe. Sie war echt stark. Ich meine, sie hatte einen Golbert und einen Mollung. Entspann dich. Entspann dich, Rotom. Wir haben letztes Mal nur versagt, weil wir nur noch einen Mon hatten. Deine Fusion nicht vergessen. Ist das Teddy-Ursa? Warum werden die alle so süß, was du machst? Gestern, das war schon süß. Ist das ein Teddy-Ursa? Blubella. Ach ja, wegen den Blumen vorne drauf. Süß. Schau, warum machen sie nicht mal... Ich meine, das wäre... Kusilla ist immer noch süßer. Das wäre ja quasi zwischen Kusilla und Rosanna. Aber Rosanna könnte, finde ich, eine Weiterentwicklung bekommen. So mit langen Beinen und langen Kleid. Oder ist Burnit. Ich mag sie. Ist das dann wie mit Krabox? Ich weiß nicht, wie das mit Krabox ist. Ich muss auf jeden Fall zu einem Magnetfelsen und dann entwickelt sich mein... Bus. Leo. Lilly hatte sich verlaufen, also habe ich sie kurzerhand hergebracht. Ich habe gehört, auf dem Weg zum Hotel Meeresrauschen habe ich... Habe sie sich schon mal verirrt. Da wollte sie zwar nur ein paar Schergen von Team Skullers im Weg gehen, aber ich habe mir trotzdem etwas Sorgen um sie gemacht. Okay, Mask Royale hat gleich wieder einen Kampf und den will ich nicht verpassen. Warum? Wie sie grinst. Aber eins wüsste ich ja zu gerne. Wie sieht Mask Royale wohl unter seiner Maske aus? Come on. Ja, das ist nicht eine krasse Story, wenn sie jetzt eine Affäre eingeht mit Mask Royale. Und dann kommt so ein krasser Teil, wo sie einfach hin- und hergerissen ist. Zwischen ihrem Ehemann und Mask Royale. Und dann kommt raus, dass Mask Royale ihr Ehemann ist. Aber dann ist sie noch verwirrter, weil sie ja Gefühle für jeden eine Person hatte, die nicht ihr Mann war. Aber es ist ihr Mann. Und der Mann auch so. What the fuck? Wo sind solche Storys? Wo? Warum? Professor Burnett war so freundlich, mir den Weg zu den Ruinen zu zeigen. Oh, dein armes Pampoli, lass mich schnell dein Team heilen. Was hättest du gestern machen sollen, als ich verregt bin? Dort drin befinden sich die Ruinen des Schatzpatrons von Akala. Kapufala. Die fange ich jetzt aber noch nicht, oder? Pew, 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 pew. Doch nicht hetzen, Wölkchen. Auf Mele Mele wolltest du auch zu den Ruinen des Krieges. Was bedeuten diese Ruinen für dich? Was willst du von den Schutzpatronen? Was willst du eigentlich? Ohne ich wäre es für Wölkchen an der Hängebrücke wirklich brenzlig geworden. Pew, pew. Dieser Charakter ist übertrieben. Der sollte nicht existieren. Nanu, ihr seid doch die Kinder, die mit Kukui unterwegs waren. Mein Name ist Lily, ich bin Professor Kukuis Assistentin. Das ist Leo. Ich hätte auch euch am Hafen schon nach euren Namen fragen sollen. Tut mir echt leid. Und das, obwohl ich extra auf euch gewartet hatte, um euch auf Akala... Okay, Leute, I don't care. Oh mein Gott. Lasst uns kämpfen. Jetzt sofort. Gut. Gut. Wo ist also die Pufung bestanden? Es ist Zeit für blablabla, aber gerne doch. Mein Fluffelhof wird es dir zeigen. Oh mein Gott. Was ist das für eine... Mich persönlich stört es nicht, aber... Ist es nicht komisch? Fluffelhof. Was ist cool? Lunala oder Solgaleo? Letzte Nacht war auf jeden Fall dein... Okay. Fuuuund... Oh, warum? Hä? Akub muss zum Tenkarat-Hügel. Er ist auf der ersten Insel. Okay. Ich glaube, ich werde doch Z-Attacken benutzen. Irgendwie wäre es doch komisch, wenn ich keine benutze. Komm, Anoryt, mach Wasser. Gib es mir richtig. Gib es mir hart. Käferbiss. Was bist du? Bist du Käfergestein? Lillip? Komm, ich bleib dabei. Komm, Lillip, mach Wasser. Trau dich. Trau dich. Oh, oh. Hallo, Gigasauger. Damit, das habe ich mir nicht gewünscht. Ich habe ja nix. Na doch. Ich habe was. Pflanze. Pflanze. Ja, warum ist das so schwach? Ist das nicht Wassergestein? Ah, ne. Es ist Pflanzegestein. Aber das Ding lebt unter Wasser. Was ist wieder so ein Quatsch, wo... Lugia kein Wasser ist? Warum ist Lillip kein Wassergestein? Du bist eine Pflanze unter Wasser. Käse. Mhh. Pflücker. Nix bringt was. Es ist traurig, dass dein Antikracht mich nicht umbringt. Wenn ich dich totpflücke. Nein. Okay. Ventreffer. Okay. Miesen Tricks werden ausgepackt. Ich merke schon. Come on. Anemone. Ja, Wasser. Ich meine, in Pokémon Snap fotografierst du die Dinger buchstäblich unter Wasser. Oh, das ist kein Wasser-Pokémon. Sehr effektiv. Ja. Sieht sehr effektiv aus, Trompeg. Kampf, Käfer, Stahl, Eis. Sind seine Schwächen. Okay. Ich mache trotzdem Pflücker. Okay. 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 Ich habe danach noch eins. Käfer. Bollbarock. Bollbarock. Okay. Nein. Ja. Nein. Das wäre Pflanze nice. Das wäre so viel nice. Was, 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 was ist das? Oh. Hallo? Ich habe gesagt, ich setze keine Z-Attacken ein, also könnte das der... Das war Ehren. Ehrenwort. Ehrenwort. Komm schon. Ich bin ein kleiner Bus. Hallo. Hallo, Farsguy. Mollung regelt. Das ist peinlich, wie ich gegen sie verliere. Ich könnte ja meine Pokémon heilen. Nein. Drachenwut. Los. Und da steh' ich. Warte, der Bus ist heute ausgefallen. Der nächste Ersatzbus kommt in drei Tagen. Ich will es halt spannend machen. Ich will halt einfach durchrennen, was an diesem Spiel anscheinend nicht so einfach ist. Hello Candy. Nehme ich halt kein Fluffeluff. Nehme ich halt mein Lusardin. Aber Lusardin ist nur 25. Wuffels. Ich nehme ich jetzt. Ich nehme Lusardin. Ich nehme Lusardin. 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 Das erste was kam war Anurid. Und Anurid kann ich einfach wegfliegen eigentlich. Ich kann es auch wegschwemmen. Ich wegfliege es mal. Ich habe gestern das Shiny Vilot Video fertig gemacht und es ist schon auf Patreon. Ein paar von euch haben schon das Shiny Vilot Video gesehen. Ich finde es ist sehr cool geworden. Das ist mit dem Video habe ich mein eins meiner Vorsätze erfüllt. Zwei Videos draußen zu filmen. Das war das zweite Video was ich draußen gefilmt habe nach dem Garados Video. Und ich bin zufrieden damit. Das ist nur schade, dass halt die Soundqualität zwischen draußen am Meer und drinnen hier schön kontrolliert alles. Das ist so ein extremer Unterschied einfach. Aber was willst du machen? Ich finde es cool, dass ich draußen gefilmt habe und ich glaube das bereichert das Video. Da muss man ein bisschen einstecken, dass der Sound dann zwischendrin, wenn ich am Meer bin auf einmal, naja. Ein bisschen rauscht. Aber es ist das schöne Rauschen. Es ist Meeresrauschen. Okay. Sexy. Madame. I kill you. Hallo Noir Night Raven. Du bist ein... Plimplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumplumpl video ist extra romantisch gemacht es ist wirklich ich hab extra romantisch was gemacht glücker ist gar nicht sehr effektiv nur weil du auch stein bist immer diese dummen stein tiere was hab ich letztes mal gemacht pampoli jgamer du bist ein haspy ohr macht sie jetzt übertrank haust sie haust du bist ein armal du amaldro armaldo wie kann ein käfer mein boden pampoli einfach aufessen wenn das entwickelt sich jetzt jemand hat gestern gesagt 30 es ist zeit für big boy pferd lilyp wir wechseln lilyp ist also pflanze gestein also nehm ich hab nichts gegen die ich hab doppelklick es ist nur einfach nicht stark es ist kein stab was der be enough lak die haben die attacke nicht übersetzt nein ich hab auch rettas warte oder doch es ist es ist es ist ich kann plöcker machen aber es geht wieder nicht ne 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 es macht wieder ein tick kraft akkub hatte ich was hat akkub hat auch doch ich kann käferbiss mit akkub machen aber es ist auch nicht aber es ist auch nicht na gut doch käferbiss war es und dann lusardin und arboritos arboritos hast du das verpasst ich habe wir haben heute dazugelernt ich habe kurz am anfang einfach einmal kurz geangelt und dass fünf prozent korasson ist erschienen also habe ich gesagt okay dann warte ich jetzt bis gasteller erscheint weil fünf prozent korasson will ich ja nicht wegschmeißen dann kam kühner und hat gesagt wenn du keine kein zitter ohr passt kannst du das lang machen es wird nur einmal nach hilfe rufen dann haben alle gesagt so ein quatsch es wird unendlich oft nach hilfe rufen und hat kühner uns den pukke wg eintrag gezeigt und es ist tatsächlich so dass ein ultra das pokémon nur einmal um hilfe schreit und dann habe ich es gekillt und hat mit zitter obs gekauft falls ich wieder eins finde aber ja anscheinend erscheint pokémon nur einmal mit sos vom flug wie stark bist du 70 nehme ich ich dachte es ist nur unheimlich selten dass es passiert anscheinend nicht pokémon beschreibt es nur einmal pro kampf wird gerufen und es muss noch nicht mal erfolgreich sein anscheinend hab ich ernsthaft auf weiter kämpfen gedrückt das war keine absicht vielleicht paralysiert es ja ok oder ich schreck zurück gut stimmt die haben das genervt weil das ein sm echt nervig war stimmt die haben das genervt weil das ein sm echt nervig war M war das nervig? Ich finde es hier schon nervig, dass die Pokémon dauernd Hilfe rufen. Aber ja krass, dass es dann nur einmal ist. Schwören können. Es ist schon passiert, dass es mehrmals gerufen wurde. Aber wahrscheinlich nicht. 32. Das entwickelt sich auch bald. Silvarro ist so cool. Also die Bautz-Reihe. Aboretos ist jetzt nicht das Beste. Aber die Bautz-Reihe ist wirklich... Silvarro ist so cool. Und die hieß Silvarro ist auch so cool. Pampoli. Warum bist du nicht Feuer? Du siehst aus wie ein Feuerbodenroß. Warum bist du nicht Feuer? Okay, zeig uns deinen Arsch direkt. Das sieht so traurig aus, weil es kein Feuer ist. Das würde so lächeln. Wenn es Feuer wäre. Wenn ich bei mir, bei dir Patreon kaufe, kann ich dann alle Videos angucken, die du bisher auf Patreon hochgeladen hast? Ja, natürlich. Und das sind, letztens habe ich es glaube ich gezählt. Ich glaube es sind jetzt 40 Videos. Und die sind meistens, bis auf die YouTube-Videos, die ich ja auch hochlade. Also es sind 40 Videos und da sind auch YouTube-Videos mit einem Inbegriffen. Das heißt, mindestens die Hälfte sollte aber exklusive Videos sein, die du noch gar nicht gesehen hast. Und das ist, also wenn es ein exklusives Video ist, dann ist es immer mindestens eine Stunde. Das heißt, mindestens 20 Stunden Videos kannst du dir anschauen. Wenn sie dich interessieren. Hast du denn noch Storys aus meinem... Aber sobald du auf Patreon folgst, solltest du immer einen kleinen Ausschnitt von Videos anschauen können. Also solltest trotzdem sehen können, was für Videos ich hochlade. Du solltest nur nicht sie anschauen können. Gibt es noch Hordenkämpfe? Nein, anscheinend nicht. Große Prüfung bestanden. Das war die erste große Prüfung. Ja, zoom halt noch mehr Kameraschwenkungen hier. Hast du schon mal den Namen Feuerkobold gehört? Nein. Gescheidnispokémon sind hart. Ja, so hart. Was treibt jemanden wie dich, der eigentlich gar kein Pokémon-Trainer ist, zu den Ruinen des Lebens? Diss? Ich tue es für Wölkchen. Es ist von weit her zu uns gekommen und ich möchte es in seine Heimat zurückbringen. Leider weiß ich gar nichts über seine Herkunft, aber weil es sich zu diesem Ort hingezogen zu fühlen scheint, suche ich in Ruinen, wie dieser hier nach hinweisen. Ein ungewöhnliches Pokémon, nicht wahr? Auch wenn wir Capofalla als Schutzpatron ansehen, ist es immer noch ein wildes Pokémon. Und ein vergleichbar starkes Pokémon würde sich so nah an sein Revier heranwagen. Piu? Also kann ich, sobald ich Tramp bin, kann ich hier hin zurück und in die Höhle reingehen und dann wäre hier Capofalla. So vermute ich das. Maila, ich bin Tali aus Lily und ich möchte gegen dich kämpfen. Keck. Ja, du Keck. Gott, ist es hässlich, dieses Pokémon. Die Reihe ist so hässlich. Was ist das? Oh, Leo. Ein Typ von der Aether Foundation mit einer grünen Brille wollte, dass du ins Halo Halo Resort kommst, wenn du die große Prüfung bestanden hast. Die Aether Foundation. Ich weiß nicht, was die von dir wollen, aber geh ruhig, Leo. Wenn du dich gleich auf den Weg machen willst, solltest du mit Lurak nach Kantai City fliegen. Am Dimensionsforschungsinstitut vorbei, musst du dann nur noch die Brücke überqueren, um zum Hanau Resort zu gelangen. Ja, ich habe den Quest Point. Und Gott sei Dank gibt es das ab jetzt. Marikeck. Ich gebe dennoch auf meine ganz eigene Art und Weise mein Bestes. Keck. Vernichte ihn bitte, Maila. Vernichte ihn. Hä? Du machst Perfect Decks. Gestern noch SOS Chaining, jetzt Perfect Decks in PLA. Hallo, warte doch, bis ich damit anfange. Lass es uns zusammen machen. Hand in Hand. Okay, dann fliege ich hier direkt. Okay. Was hat es exakt? Wohin? Hier hin. Ah, jetzt kann ich wahrscheinlich endlich an dem Bissbuck vorbei. Jetzt hole ich wieder meinen Fluffeluff raus. Sobald ein wildes Pokémon kommt, will ich Fluffeluff an erster Stelle haben. Im Homeoffice nebenher ein bisschen SOS und abends PLA. Oh mein Gott. Das muss keiner wissen. Kündigungsgrund. Nein. Fluffeluff. Und ich meine, ich könnte jetzt Pampros wegtun, weil ich es entwickelt hat, aber... Was würde ich währenddessen anstelle... Okay, Lusadin mache ich weg. Also ich mache Lusadin sowieso weg. Und ich will halt, dass Tragosse sich entwickelt. Wie entwickelt sich Tragosse hier? Anders? Oder einfach auf Level 26 oder so? Tragosse wird 28 nachts. Wir haben gleich Nacht, glaube ich, in dem Spiel. Level 28 wird es zu Knogga. Knogga ist halt schon geil. Wollte ich das im Team haben oder wollte ich Mollung im Team haben? Ich tue mal Tragosse. Tragosse ist Feuergeist, oder? Also Knogga ist dann Feuergeist. Oder Feuerunlicht. Feuergeist. Oder Feuerboden. Mollung ist Feuergift. Ka, Mann. Aber wir nehmen eigentlich... Ah, passt schon. Es gibt bestimmt hier geile Stellen, wo man auch Levelgrinden kann. Falls ich am Ende krass unterlevelt bin, weil ich die ganze Zeit Pokémon wechsle. Primaren ist schon okay. Ja, Primaren ist noch okay, aber finde ich auch ein bisschen zu... so komplex, wie es aussieht. Aber Primaren könnte noch zehnmal schöner sein. Und es würde nicht gut machen, was sie mit Robball gemacht haben. Oder mit Marikeck. Pilippa, Pilippa. Primaren müsste es nur weiblich geben. Fände ich auch. Es gibt so ein paar Pokémon, die einfach so aussehen, auch wenn es ein bisschen stereotypisch ist. Aber ich verstehe auch, dass Starter mit beiden Geschlechtern existieren müssen. Da bist du ja. Meine Güte, wie unhöflich von mir. Ich sollte mich zunächst vorstellen. Mein Name ist Fabian. Ich habe dir doch neulich versprochen, dass ich dir etwas Großartiges zeigen würde, nicht? Damit meinte ich, das Äther-Paradies. Das kriege ich da unendlich Äther. Das brauche ich nämlich auch. Sollte ich nicht so viel Äther haben, wenn ich irgendwann zum Beispiel SOS-Chaining machen will, weil ich dann nicht viel, aber die ganze Zeit AP verbrauche, dann müsste ich mich immer wieder mit AP heilen. Äther. Äther. Das Äther-Paradies ist eine künstliche Insel errichtet inmitten des Meeres von Alola. Sie dient als Zufluchtsort für alle Pokémon, ein sicherer Hafen sozusagen. Ich möchte beweisen, dass ich ein Erwachsener bin, der seine Versprechen hält. Du wirst also mit zum Äther-Paradies kommen, oder? Ja. Kann ich nicht? Gut, dann folge mir bitte. Das Äther-Paradies ist ein überwältigender Ort. Wartet. Nehmt mich bett. Anu. Maila. Ich kümmere mich um die Trainer. Nicht, dass ich selbst welche hätte. Hört ihr beide zu. Kühner. Did it. Kühner, vielen, vielen Dank für deinen Patreon. Vielen Dank, dass du Patreon geworden bist. Ich hoffe, die Videos dort gefallen dir. Es sind einfach Ausschnitte aus meinem Leben. Vor allem am Anfang sind es einfach Storys, was ich, meine Ausbildung, was ich erlebt habe, Reisen, die ich gemacht habe, dann Making-ofs und sowas. Professor, kommst du mit? Ne, ne, ne. Unser Treffpunkt. Tiergarten. Alakala lassen wir hinter uns. Schiff, okay. Wir gehen auf die Fähre. Die Nagu-Beer und ein Pokémon, das reiche Ernte hat. Und go. Ja, wobei ich finde es noch einfacher. Die Taktik, die ich heute gehört habe. Warte. Glaubst du es wirklich? Ich wollte es eigentlich nur auf den Arm nehmen. Was? Hat er einen dummen Witz gemacht. Hali hat einen dummen Witz gemacht. Hallo, Gennen. Ohne Surfen diesmal. Alter Paradies. Die Taktik, die ich gesehen habe, ist, dass du ein Pokémon mit Druckschlag nimmst und dann einfach das Pokémon trugschlägst. Und dann ruft es mit Zitter Orb die ganze Zeit neue... Boah, da sieht man das erste Mal in Alola Mautzi, oder? Dann ruft es die ganze Zeit nach Hilfe wegen dem Zitter Orb. Und die Hilfe killst du dann die ganze Zeit. Und wenn du merkst oder wenn du denkst, dass der Gegner zu wenig AP hat, dann bringst du einfach das um und trugschlägst den Ersatz. Und somit kannst du ewig zum Beispiel Kindwurm resetten, weil immer wieder Neues kommt, was du trugschlagen kannst. Das heißt, du musst doch nicht mal aufpassen, dass der Gegner nicht Verzweifler einsetzt. Eigentlich musst du nur aufpassen, dass du nicht selber Verzweifler einsetzt und das umbringst. Aber das würde man ja früh genug merken, wenn man selber keine AP mehr hat, außer man spammt die ganze Zeit A. Und dann wechselt man einfach das Pokémon, aber dann hat man halt keinen Trugschlag mehr. Deswegen sollte man schon Junago-Bären haben, um sich selbst AP wiederzugeben, um den Trugschlag wieder aufzuladen. Aber eben, weil man eben nur einmal Trugschlag macht, dann immer nur, wenn ein Pokémon kommt, den das killt, sollte es sehr lange dauern, bis man keine AP mehr hat. Dann braucht das andere ja auch einen Zitter Orb. Ne, den Zitter Orb setzt man doch ein. Den rüstet man nicht aus. Den setzt man doch ein. Ich kann einmal im... Achso, muss ich dann nochmal Zitter Orb einsetzen, wenn ich das Pokémon wechsle? Es kann sein, dass ich dann nochmal Zitter Orb einsetzen kann, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich schicke mal eben ein Trombok auf Discord. Ich weiß, wie das mit Trombok geht. Ich hab dir nur gerade eine Alternative gesagt, die finde ich um einiges einfacher ist, als sich ein Trombok zu machen. Zum Erhalt und Schutz von Pokémon arbeiten wir im Untergeschoss an der Entwicklung neuer Pokébälle. Ultraball. Jedoch kann man im Etter Paradies selbst keine Pokébälle einsetzen. Es senden Störwellen aus, die ihre Funktion blockieren. Fabian. Nein, nein, nein. Würdest du mich bitte nicht mit meinem Namen ansprechen? Ich habe nicht umsonst einen Titel. Jeder soll wissen, wie wichtig ich bin. Aber selbstverständlich, Herr Regionalleiter. Ich werde unsere Bemühungen zum Schutz der Pokémon auf Vakala mit der Präsidentin besprechen. Führe... Führe du derweil diese Kinder herum und bringe sie dann der Präsidentin. Du bist doch nicht mal der Chef. Okay. Bei der reiche Ernte-Variante musst du halt an nichts denken, sondern nur Pokémon killen. Weil sich das Pokémon... Aber kann... Kann Trombok denn auch Trugschlag? Trombok kann ja keinen Trugschlag. Das heißt, du musst es irgendwie anders machen. Aber dann mit reicher Ernte. Das ist nice, ja. Mal schauen. Unser Personal hat mir von den Ereignissen auf Vakala berichtet. Interessiert mich die Story. Dafür möchte ich mich bei euch bedanken. Ja, ja, ja. Wollen wir einen Aufzug nehmen. Ich finde es krass, wie wir zwei wieder die extra... extra Karte hier kriegen und die geilste Führung ever kriegen. Umsonst, wovon der Normalo-Pokémon-Trainer nur träumen kann. Das ist der Eingangsbereich. An der Rezeption hier könnte... Könnt ihr eure Pokémon heilen lassen. Oh, wie süß, wie Bluebella ihre Blume dreht. Gehe ich in der rechten Annahme, dass ihr erst elf seid? Ja, weil man elf Jahre alt ist, kann man auf Inselwanderschaft gehen. Ich habe meine angefangen, weil ich irgendwann mal gegen meinen Opi gewinnen will, wenn er alles gibt. Ihr seid elf. Ich wusste ja, dass sie jung sind. Ich dachte sogar, dass sie zehn sind. Aber es zu lesen tut nochmal extra weh. Wir gehen in die Schutzzone. Okay. Du magst die Musik hier? Ist das sowas wie... Wie... Wie ein Gen 9? Zum Schutz der Pokémon ist der Einsatz von Pokéballen im Eter-Paradies verboten. Was mache ich dann hier? Das ist ja wie ein Naturschutzgebiet. Gen 8 war gar nicht das erste Naturschutzgebiet. Wie bieten wir all den Pokémon Zuflucht, auf die es Team Skull abgesehen hat? Manche Pokémon müssen beschützt werden. Ah, sie haben sogar Corazon gesagt. So von wegen, dass sie die... Die Korallen verletzen. Wie Zone 0? Nein. Wie die Blaubeer-Akademie. War das die Tali-Pose, die du mitzählen wolltest? Äh... Ich... Glaub nicht. Kann sein. Aber ich habe schon bemerkt, dass er es kaum macht. Es ist gar nicht lustig mitzuzählen. Hopp macht es halt die ganze Zeit. Ich dachte, Tali macht es auch die ganze Zeit. Aber anscheinend nicht. Es ist die, wo er in seine Hüften rein... ... ihn hier macht. Hat er die gerade gemacht? Okay, also dieses ganze Äther Foundation ist wirklich dafür da, um die Natur zu schützen. Und vor allem haben sie es gerade erklärt anhand von Corazon, dass die Korallen sterben und sowas. Sehr, sehr gut. Oder halt, sehr, sehr traurig. Aber sehr, sehr gut, dass Pokémon uns das erklärt. Deswegen existiert ja in Galar auch das... Galar-Corazon. Warum laufe ich hier rum? Oder nicht? Er hat in die Luft geschlagen. Ja, das stimmt. Das macht er mehrmals, dieses... Yay! Soll ich aber gehen? Die hält sich hier in der Schutzzone auf. Ist dieses Stockwerk die Schutzzone? Dann suche ich sie. Ach, die ist es. Meine süßen, geliebten Pokémon! Was für Haare. Fuss. Samantha. Ich bin schon über 40. Ich meine, wenn ich 10 bin, dann glaube ich dir, dass du über 40 bist. Aussehen und Alter passen hier nicht zusammen. Okay, sie hat gerade Tali einfach mal geownt, sie hat gesagt, er ist scheiße angezogen. Dein Stil ist schon ziemlich speziell. Mach dir mal keine Sorgen, überlasse das alles einfach mir. Kinder wären ohnehin viel zufrieden und glücklicher, wenn sie auf das hören würden, was Erwachsene ihnen sagen. Oh, meine Güte, ey. Was ist das? Ist das ein Doranion? What? Ah ne, go, warum? Jetzt wird es episch. Wow. War das die Epic? War das schon episch? Du, kommst du aus einer anderen Welt? Ah ne. Ah ne, da bist du. Samantha, sei vorsichtig, irgendwas stimmt mit dem Ding nicht. Mit dem Ding. Tali einfach nur am Fronten. Du arme Kreatur. Tali einfach jetzt. Hyperstrahl! So, können wir jetzt schon fangen? Ich speichere mal. Hello, Ferret. Das kann ich noch nicht fangen, oder? Anego erscheint. Ich weiß es, Mann. Ich bin Pokedex. Besondere Aura. Gilt du es als Herrscher, oder? Fluffeluff los. Fluffeluff, denken sie die ganze Zeit an. Warum, Trainer? Warum? Warum tust du mir das an? Peter Kuss, los! Gift Shop. Kleines Problem. Musik ist gleich, oh mein Gott. Ich merke schon, Gannon ist ein kleiner Gen-7-Fan. Ah, was ist Anego nochmal? Stein? War das nicht Stein? War das nicht der Witz irgendwie, dass es Stein ist? Man denkt, es ist Wasser, aber es ist glaube ich kein Wasser. War das in der ersten Generation? Oh mein Gott. Gesteingift. Hey, ich hatte mit Gestein recht. Dann kann ich ja jetzt supergut, ähm, nichts machen hier. Könnt ihr mir sagen, ob ich es fangen kann? Ich will jetzt nicht extra... Ich kann es nicht fangen, oder? Es kann nicht sein, dass ich jetzt schon eine Ultrabestie fangen kann. Oh, es ist paralysiert. Ich kann es nicht fangen. Okay. Dann gehe ich einfach voll rein. Hallo Azrael. Hallo Jaokai. Wie Meth? Echt? Anego ist die Anspielung für Meth? Hä? Warum? Das ist eine Qualle. Wie kommt man darauf, dass es die Anspielung ist? Achso, weil Naturschutzgebiete. Ah ja stimmt, okay. Das hätte ich mir auch denken können. Ja, ich wollte noch sicher gehen. Ja, es ist ein könnte, dass auf einmal... Oh mein Gott, es ist so besonders. Wir müssen es fangen. Der Bestien-Boost ist ein bisschen gemein. Okay, was ist Gesteingift? Das heißt, ich kann Pampos machen. Ich kann... Okay, ich kann Pampos machen. Pampos ist ja dann doppelt. Es ist ja dann viermal so stark. Ich habe letztens von einem ein Video darüber gesehen, warum Anego Meth ist. Ich möchte das stark bezweifeln, warum eine Qualle... Also, nein. Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Einfach 360 Grad drehen. PNG 360 Grad drehen, jetzt. Ich hatte es schon befürchtet. Wir brauchen wohl doch das Kleine. Was? Was Kleine? Meinst du, Cosmog? Mir scheint, ihr habt zum ersten Mal ein Ultrabass hier gesehen. Oh mein Gott, sie haben ihre Masken ausgezogen. Sie sehen... Der eine sieht aus wie ein Gigachat. Die sehen beide aus. Gigachat und Gigachadet. Es handelt sich dabei um äußerst rätselafte Kreaturen, die in der Ultradimension leben. Einem Ort jenseits der Ultrapforten, jener Löcher, die sich am Himmel auftun. Es würde nicht schaden, das sich zu merken. Okay, das sich zu merken. Hä, wie sehen die denn aus? Die sehen voll cool aus. Das sind Mitglieder des Ultraforschungsteams. Sie beraten uns in Sachen Ultrabästchen. Wollt ihr euch vorstellen? Die sehen cool aus. Aber I don't care, I don't care. Er hat eine Cross mal gesagt. Ich habe kurz gekehrt. Okay, wir müssen uns keine Sorgen machen. Der Charakter hat gesagt, wir müssen uns keine Sorgen machen. Also werden wir nicht später, wenn wir Champs sind, die Menschheit retten müssen für Ultrabästchen. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass das passieren wird. Denn Samantha hat alles unter Kontrolle. Die alte Frau, Samantha. Ula, ula. Ich habe auch ein YouTube-Video gerade gesehen. Den Titel What Killed the Remake Black and White. Ja. Da hat jemand wieder einen Onkel bei Pokémon. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine Ultrapforte sehen würde. Und schon gar nicht Besucher aus einer anderen Welt. Das muss ich unbedingt Professor Burnett erzählen. Ich bin froh, dass ihr es so positiv seht. Wir waren nämlich genauso überrascht wie ihr. Es war wirklich schön, euch beide getroffen zu haben. Hier ein kleines Andenken an den heutigen Tag. Ein Malaskada und eine TM. Was ist Malaskada? Meinst du Mascara? Maxi Malasada. Was? Sie hat gerade Malaskada gesagt. Und Psychokinese. Okay, krass. Betreib. Mir schlägt das Herz immer noch bis zum Hals. Die Ultrafort gibt es also wirklich. Und die Ultramästchen auch. Und dann auch noch das Ultraforschungsteam. Ich bin schon gespannt, was das auf der nächsten Insel alles erwartet. Das Boot bewegt sich null. Zeit für einen Schneck. Möchtest du was abhaben? Hier, hau rein. Mann, war das lecker. Schade, dass ich's wieder da ist. Das denke ich mir auch immer nach dem Essen. Ich denke mir schon während dem Essen oft, wenn es richtig geil ist. Wie zum Beispiel gestern, mein Butter Chicken. Während dem Essen, schon vor dem Essen denke ich mir, fuck. Ich bin so traurig, dass es bald vorbei sein wird. Ula Ula. Wenn man außer Weil kommt oder schon mal da war, ist es bestimmt um einiges cooler, die ganzen Orte zu sehen. Oder man denkt sich die ganze Zeit, oh fuck, diese Stereotypen. Als nächstes geht's zum Professor Kukui. Er wartet mit Maliha im Ba... Was? Wer ist nerviger, Tali oder Hop? Wir sind auf Ula Ula angekommen. Das schreit nach einem neuen Insel-Pokédex. Fange viele Bilder Pokémon. Yes. Wer ist nerviger, Tali oder Hop? Es ist wie zu fragen, was ist tödlicher? Klapperschlange oder Kobra? Die Antwort ist, beide möchte ich nicht auf einen Meter Nähe kommen. Zehn Meter? Ach, sagen wir 100 Meter Nähe. Nee, Hop ist um einiges besser. Hop hat tatsächlich eine Geschichte. Und wenn... Wenn ihr den Zwielicht-Anime gesehen habt, mit der Hop-Folge, die ist verdammt gut. Ich würde sagen, es ist die beste Pokémon-Anime-Folge. Die Zwielicht-Folge mit Hop und seinem Bolli. Was, er will kämpfen? Okay, Fluffeluff, los! Trainer, hör auf mich einzusetzen. Ich bin nur ein kleines Fluffeluff. Los, Fluffeluff. Deine Aufgabe ist es, in diesem Team zu sterben. Dass, falls ein wildes Pokémon kommt, es ein Männchen ist. Das ist deine einzige Aufgabe. What is my destiny to pass butter? Oh mein Gott. Kenn ich, deswegen esse ich nichts mehr, was mir schmeckt. Oh, ich sollte mal Z-Kristalle jetzt eigentlich auswählen. Aber ich verstehe nicht, warum seit Gen 7 jeder Rival den Starter nimmt, der schwach gegen unseren ist. Weil Pokémon... Chill ist Fluffeluff, denkt sich echt so. Warum? Warum ist mein Sinn der Tod? Weil sie seit... Ich glaube, war das nicht in... Ich meine, in Gen 6 gab es so viele Rivalen, dass es halt jede Kombi gab. Deswegen würde ich behaupten, seit Gen 6 hat einfach Pokémon die Einstellung, dass sie die Spiele so einfach wie möglich machen. Damit Kinder nicht frustriert sind und es durchspüren. Tag 3 ist also gerade aus dem Tutorial raus. Ich finde, ich bin schon voll weit. Wir sind schon auf der dritten Insel. Warum rufst du was? Warum rufst du was? Du bist ja voll klug. Warum rufst du das zurück? Warum rufst du was? Um, da! Ich weiß nicht, dass du was. Ich mach das! Was mach das? Was mach das? Ich mach das mal. Ich mach das... Das heißt, er wird einen O'Hafnir später haben. Ich weiß noch, dass O'Hafnir Flammenwurf kann. Das wäre jetzt nochmal Entwicklung für Dragosto auch 30, glaube ich. Flamara. Deswegen habe ich Krabbox dabei. Aber ist nicht Krabbox ein Exclusive? Ich weiß jetzt gerade nicht. Krabbox. Aber Krabbox wird zu Kravel. Das würde ich fast behaupten in den Top 5 der hässlichsten Pokémon. Kravel. Ich meine, Pantymos ist viel hässlicher und Rosana auch. Zumindest hat Kravel Charakter. Wenigstens ist Kravel irgendwie besonders. Aber das Gesicht kann auch nur eine Kravelmutter mögen. So wie Marikeck. Ja, das wollte ich nicht. Ich bin nicht dumm, das wollte ich nicht. Krabbox gibt es überall. Sehr gut. Hm. Die Sandbox sieht hässlich aus. Nein, die Sandbox ist voll geil. Das ist keine Sandbox, sondern ein Kolossal. Oder Kolossant. Hä, das ist voll cool. Aber ich brauche nicht nochmal Boden und nicht nochmal Geist. Wo kommt jetzt Alolareichu? Das sehe ich jetzt zum ersten Mal Alolareichu. Hallo Shinra. Yeah. Ich liebe Alolareichu. Gott ist das süß. Kannst du schweben? Das wäre jetzt blöd. Könnte sein, dass es schweben kann. Nein, es ist dumm. Tschüss. Kalis war mir eine Ehre. Knochenkeule. Knochen mehr ran. Die Schokomaus. Nee, die Schokomaus ist es nicht gewesen. Hallo Benni. Oh, Taurus hat er immer noch. Okay. Wir machen weiter Pferdestärke. Was ich meine, unterschiedliche Aussehen zwischen männlichen und weiblichen Ultrabästien? Äh, nö, gibt's nicht. Allgemein glaube ich sogar, dass es keine Geschlechter gibt bei Ultrabästien, oder? Ich meine, es ist allgemein bei legendären Pokémon ist es ja auch sehr selten, dass es überhaupt Geschlechter gibt. Es gibt's. Ich glaube, es gibt keine Geschlechter bei Ultrabästien. Sagt mir das Gegenteil? Wenn es so ist. Verdammt. Verdammt. Hast du dich wirklich für Knogger entschieden? Ich meine, ich habe Knogger gerade im Team. Ich wechsle die ganze Zeit rum, um ihn zu entwickeln. Ich weiß nicht, ob Tragosse Sinn macht. Aber es ist Feuer, Geist. Und ich habe schon Feuer mit Amphira. Und Geist habe ich schon mit Mimikyu, wenn ich's hab. Also ich weiß nicht, ob ich das behalte, aber ich will's jetzt mal entwickeln. Einfach weil ich Alola Knogger es liebe. Latios, Latias, Heatran und so weiter. Ja, ja. Es gibt welche mit Geschlecht, aber es gibt um einiges mehr Legis ohne Geschlecht. So, chill. Wer hat es dann auch Geist bei Silvaro? Woher stimmt? Das ist doch so ein Wachgeist, dass es nicht mehr Flug ist vor allem. Geistpflanze. Vielleicht will ich auch kein Mimikyu. Aber Mimikyu ist eigentlich schon Pflicht, weil es ist eine Fee und Geist. Das ist cool. Fee ist schon Pf... Also Mimikyu ist schon Pflicht, oder? Ist Furienschlag so stark, dass ich das jetzt lerne? Nein. Warum lerne ich denn jetzt Furienschlag? Geh weg. Hallo Redface. Ohhhh. Dafür geh ich auf groß. Dafür gehen wir auf groß. Dafür gehen wir auf groß. Dafür gehen wir auf groß. Redface, du bist. Ein Shiny. Chance ist 1 zu 20 ein Shiny zu ziehen. Aber was für ein Shiny bist du? Ich würde behaupten. Top 10 der schönsten Shinys jemals kreiert wurden. Aus Alola zusätzlich kommt es auch noch. Passend zum Stream. Du bist. Ein Shiny. Amphira. Spider-Gwen. Sexy. Sexy Mars. Wo bin ich? Warum bin ich hier? Was ist geschehen? Kreuzschere? Ne Mimik. 80. Sext. Weg damit. Wie cool ist Shiny Amphira? Sei jetzt mal dankbar. Außer Smolong ist männlich. Es war aber ein Amphira. Was redest du? Es ist ein Shiny Amphira. Warum? Willst du meine Fusion noch machen? Candyman, es tut mir so leid. Ich habe es vergessen. Hier. Soll ich das zur Seite packen? Okay. Dachte ich mir. Ich pack es zur Seite. Vielleicht kriegst du es. Das ist süß. Pikachu. So klingt das. Pikachu. Pika, Pika. Pikachu. Pikachu. Pikachu has seen things. Das ist eigentlich die Meme. Die Pikachu-Meme. Haben wir das nicht als Emote hier auch? Diese Pikachu-Meme. Das ist eigentlich die Pikachu-Meme nur auf... Naja. Ist das süß? Ja, ja. Ja. Neuen Unschuldiger. Meint. Findet das süß. Aber es ist... Es ist süß, ja. Pikachu. Volveri... Was? Der hat mir ein Volverock-Z gegeben? Geil. Volverockium-Z. Das nehme ich. Ich habe gar keinen Volverock mehr im Team. Wo ist das eigentlich? Was? Ein Marikeck ist wütend auf dich. Marikeck stinkt. Das Ultragaria ist geil. So, ich mache mal ein paar Z-Kristalle an. Habe ich echt keinen Volverock grad. Keine Wuffels im Team. Das will ich doch eigentlich machen. Trennen. Dann muss ich... Fluffluff aus dem Team tun. Warum kann ich kein geiles Gen-7-Mon mit Scham-Bolzen haben? Dann mache ich jetzt mal eine Zeit lang Hamperos weg. Aber eigentlich... Ja doch. Ich will schon Volverock auch im Team haben. Das ist normal Gestein, oder? Ich weiß es doch nicht, was ich will. Wo sind die Steine eigentlich? Ich habe Trugschlag als TM. Wie ist das hier? Kann ich die unendlich oft einsetzen? Das ist hier schon auch so gemacht, oder? Sind Ständer doch bestimmt... Einmal, zweimal oder sowas. Wobei hier steht einmal... Hier steht keine Anzahl, ja. Das ist zum Beispiel eine gute Änderung einfach. Das ist so eine gute Änderung. Schon in Gen 5, glaube ich, war es das erste Mal. Soll ich meinem Fluffl auf Psychokinese beibringen, dass es sich so ein bisschen stärker fühlt? Ne, wir gehen jetzt mal zu den Z-Dingern. Wo sind die eigentlich? Kraftring. Hier. Normium-Z. Für die Normies. Ähm... Was ist denn Battalion? Kampf? Sieht so aus. Herzsymbol ist drin. Aquium. Pyrium. Pyrium kriegt Mollung. Mollung. Ach, ich kann das Pyrium auch auf Meere anwenden. Ich muss mich noch nicht mal entscheiden. Okay, das ist zu einfach. Das ist ein bisschen zu einfach. Pflanze. Ich meine, Silvaro kriegt sicher, kriegt auch diese Phantom-Pfeile. Aber das kann ich ja trotzdem machen. Petrium ist wahrscheinlich Gestein. Ja. Gestein. Aber Volvorikum. Aber nur die Attacke Steinkante. Von Volverock. Das heißt, im Moment wäre es logischer, wenn ich Petrium nehmen würde. Für Wuffels. Und dann Botanium für Arboretos. Ah, man kann es sogar nur einsetzen, wenn es auch wirklich eine Attacke hat dafür. Kampf habe ich nichts. Okay. Du kannst trotzdem nur einmal proben Move. Ja, aber ich muss... Also es ist... Ja, es ist auch angenehm. Dann muss ich nicht die ganze Zeit die Moves, die Steine hin und her tun oder sowas. Ich dachte halt, ich kann nur einen wirklich ausrüsten. Aber es ist eher wie so... Du änderst das Pokémon, dass es die Attacke kann. Es muss nicht mal den Stein tragen. Arceus kann mit dem Z-Stein auch seinen Typ ändern, aber die Attacke nicht. Idee für Origin Decks Video, du musst jeden Z-Kristall Tanz tanzen und zählst dabei die Patrons auf ähnlich wie bei dem Gen 6 Video. Niemals. Niemals werde ich einen Tanz tanzen. Hallo Leo, schön dich zu sehen. Aber solltest du dich nicht eigentlich im Malihi-Ziergarten... Du... Ja, aber du bist im Weg. Achso, da ist der. Okay. Malihi. Hallo Tali. Du bist ganz schön oft hier. Also in Gen 6 wurde ich ziemlich in Ruhe gelassen von den Rivalen. Am Anfang waren sie oft da, aber dann... Sind das... Bablus? Was sind das? Sollen das Bablus sein? Ja, oder? Was sind das im Wasser? Werden hier Pokémon erfunden, oder was? Was soll das denn im Wasser sein? Was hat denn so einen Schnabel? Was gibt's denn hier für... Das ist Fucano, das süß. Keine Tauros erlaubt. Voll diskriminierend. Ich weiß, kein schnelles Rennen erlaubt. Octillery? Ah, das kann's sein. Oder SEPA, ja. Stimmt. Oh, SEPA hätte ich mir doch erhofft, dass es ein bisschen besser aussieht. Hier gibt's Kapuzzi. Oh nicht. Das brauche ich aber. Und es ist natürlich männlich, wegen meinem Fluffeluff. Es hatte endlich... Ja. Endlich dein Leben hat einen Sinn, Fluffeluff. Und jetzt stirb. Oh, ne goldene Shiny SEPA. Aber SEPA hat ne verdammt geile Shiny... Shiny Farbe. Nur alles danach wird traurig. Wobei, Seemon geht auch noch. Aber Seedra King... Das ist ne Schande, was sie getan haben. Das kann sogar als Nobilikat rufen. Aber ich muss nicht, oder? Ja. Ich meine, ich kann's ja auch entwickeln. Wahrscheinlich genauso Level 21. Es ist wieder in der Nacht. Entwickelt sich hier jedes Pokémon in der Nacht irgendwie. Jetzt wo ich Trugschlag als TM habe, könnte ich echt überlegen, ob ich mir einen Fangmon baue. Kann ich Fluffeluff irgendwie zum Fangmon machen? Kann Fluffeluff irgendwie... Knuddeluff mit Trugschlag? Geht das? Kann ich Knuddeluff irgendwie jeder... Ne, das ist Pixi, ne? Was jede TM lernen kann. Äh... Ich hab Angst, dich umzubringen. Ich hab Angst, dich umzubringen. Ich will dich nicht umbringen. Knirscher. Echt Zutraulichkeit. Oh nein. Oh nein, gibt's hier wieder das Poké-Army? Wegen Zutraulichkeit und sowas. Wegen Freundschaft. Also wär's tatsächlich cooler, wenn es ein Snobili-Cut rufen würde. Mal schauen. Ich meine, ich kann's doch die ganze Zeit dabei... Also... Also wenn's Poké-Army ist, dann würde's ja sogar relativ einfach gehen. Wenn's... Wenn's Freundschaft ist, dann muss ich halt... Ist die ganze Zeit dabei haben. Aber ja, ich könnte jetzt einfach ein Zitter Orb benutzen und warten. Mhm. Muss Freundschaft. Was ist die Royal Edition bei Final Fantasy XV einfach mit DLCs? Ja... Aber ich glaub ein DLC ist nicht dabei, weil es danach rauskam. Das... Wie hieß der Bösewicht? Ar... Arden... Arden heißt der Bösewicht? Der Bösewicht im Spiel hat sein eigenes DLC gekriegt. Was ziemlich geiles. Er ist, glaub ich, nicht dabei. Aber ja, die... Ich glaub... Ja, die, die... Inzwischen gibt's günstig die Vollversion, da ist alles drauf. Außer das letzte, glaub ich. Arden, glaub ich, heißt er. Äh... Soll ich jetzt Snobili-Cut grinden? Ich guck mal kurz. Was zu... Mautzi... Mautzi... Alola... Alter, wie das einfach schon drei regionale Formen hat. Und ne eigene Giga. Mautzi ist echt... Ja, hat alles. Levelaufstieg mit hoher Zutraulichkeit seit Gen 8. Levelaufstieg mit hoher Freundschaft. Gen 7. Okay. Also Zutraulichkeit ist das gemeinsame seit Gen 8. Mit Zutrauen und Freundschaft ist jetzt Zutraulichkeit. Jetzt, wenn es so wäre wie Felinara, würde da stehen Zutrauen. Und jetzt ist es aber Freundschaft. Das heißt ja, einfach mit dem rumlaufen. Okay. Und in Usum... Nur Pokémon Bank steht hier. Was? Oder muss ich Alola eingeben? Was? Warum steht hier... Achso, ich muss Alola eingeben. Trainerschule, Route 2, Howly City, Malihe, Ziergarten. Ja, genau. Malihe, Ziergarten. Und dann steht hier... Mautzi, Alola Form. Okay, hier steht aber, dass nur gewisse Mautzis können Snobili-Cut rufen. Und zwar die von 25 bis 28. Und das hier ist 26. Das heißt, das... Wobei... Das ist jetzt verwirrend. Ah ne, Sonne und Mond kann kein Snobili-Cut rufen. Ultrasonne kann Snobili-Cut rufen. Okay, also das könnte Snobili-Cut rufen. Let's do it. Scheiß auf Freundschaft. Genauso schreibe ich mir auch in die Notiz auf. Snobili-Cut, scheiß auf Freundschaft. Dann machen wir das jetzt mal mit diesem Zetter-Orb. Wo ist der? Hier. Das ging aber schnell. Nein, Alola, Snobili-Cut und Mautzi sind beide großartig. Ich find's die Willi-Cut noch viel cooler. Dieses geile persische Katzengesicht. Leddy, dankeschön für zwei Monate. Danke. Zutraulichkeit ist das sehr wie Freundschaft. Ja, ja. Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Das habe ich im neuesten Gen-6-Video erklärt. Nicht wirklich. Früher, also seit Gen-6 und 7 wird unterschieden zwischen Freundschaft und Zutrauen. Und dann haben sie in Gen-8 Zutrauen gelöscht. Und es gibt nur noch Freundschaft. Aber sie nennt's nicht mehr Freundschaft, sondern Zutraulichkeit. Also ja, es ist das gleiche wie Freundschaft. Nur es ist fusioniert. Es heißt Zutraulichkeit, weil es eine Fusion ist aus Zutrauen und Freundschaft. Ah ja, machen, was man machen muss, ist das gleiche. Ey, es passiert ja voll schnell, dass das das Neues ruft jetzt. Zitter Orb. Voll krass. Äh, ich habe heute in dem Video gesehen, oder ne, irgendwo die Info, weil jemand hat gesagt, die Chance, dass zum Beispiel das Low-Level Brutalander erscheint, ist 1%. Das ist falsch. Also zumindest, ich weiß nicht mehr, welche Website das gesagt hat. Aber dass, also dass das gleiche Pokémon kommt, ist 11 zu 10, glaube ich. Ich glaube es war 11 zu 10. 11 zu 12. Und dass das andere kommt, was nicht dasselbe Pokémon ist, wie zum Beispiel Brutalander oder wahrscheinlich hier Snobili Cut, ist dann 1 zu 12. Also ein Zwölftel. Was nicht 1% ist, sondern ein bisschen weniger, also 8%. Es ruft echt die ganze Zeit um Hilfe, ist ja mega. Ist aber von Mon zu Mann unterschiedlich, je nach Ruf-Wahrscheinlichkeit. Achso, wie oft ist die ganze Zeit Ruf, weil das jetzt so oft macht. Okay. Ich glaube, es stand sogar auf Serie B, dass es 1 zu 12 ist. Dass ein Pokémon erscheint, das nicht dasselbe ist. Du kannst ja Velose mit Schambolzen holen. Durch SOS kann man an die versteckte Fähigkeit kommen. Ah, weil deswegen habe ich gesagt, nee, ich hole mir nicht das mit versteckter Fähigkeit. Weil so aufwendig. Das wäre nützlicher als Fluffeluff. Fluffeluff hat schon Nutzen. Das ist doch auch gutes Leveln hier. Aber ja, echt jedes, aber wie geht es? Also wenn ich, also das hier, wenn jetzt ein Snobili-Cut kommt, hat es dann die versteckte Fähigkeit? Oder also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass SOS ein verstecktes Mon ruft? Da gibt es eine Berechnung, jedes Pokémon hat eine andere Wahrscheinlichkeit, ob es jemand ruft. Hast du dafür die Website, Marco? Ich habe da nämlich nichts gefunden. Bei jedem neuen Velosi durch SOS ist es eine 50% Wahrscheinlichkeit. Ich habe nur kurz nachgeschaut, vertrauen wir lieber nicht. Oh, ich bin tot. Hast du mir gerade geschickt? Dankeschön. Dann könnte ich ja jetzt nachschauen, was Snobili-Cut für eine Chance hat. Z-Kraft. Oh, Rasierbild geht auf beide. Das klappt jetzt nicht mehr so gut. Hm, gut. Wie gut. Wart sie schneller? Was? Wart sie schneller? Wart sie schneller? ist ja voll kompliziert auszurechnen können wir da nicht einfach gibt es da nicht eine website die das alles mal ausgerechnet hat und einem sagt was es ist gibt es da nicht irgendeine website die einem das kalkuliert wahrscheinlich gibt es irgendwo so einen rechner der einem das extra sagt ne nach 20 gerufen im mond hat es danach eine wahrscheinlichkeit dass es eine versteckte fähigkeit hat ja und will los sie rufen und wahrscheinlich musst du will sie finden damit so will sie kann auch schon die versteckte fähigkeit haben danach heißt der kostodon das ist mir zu viel aufwand oder mit ich eins habe mit scharmbolzen das klappt ja mit fluffel auf super wenn jetzt will los die trugschlag lernen kann dann wäre das eine andere diskussion die ist am schein die handen ich meine jetzt krass wenn eins kommt aber keine challenge ich habe genug challenges die los sie ist gar nicht in der lüste die du da gerade geschickt hast so exclusive ich kann das jetzt nicht alles durchlesen wie lange dauert das mit der methode ein channel zu bekommen höchstens 50 jahre würde ich sagen mindestens eine minute würde ich sagen wie soll ich dir diese frage beantworten der erste absatz war wichtig 10 prozent chance das heißt so langsam kann es sein dass das mobile card eine versteckte fähigkeit hat ich habe doch sicher schon mehr als 10 das heißt wenn jetzt was kommt hattest du 10 prozent chance auf versteckte fähigkeit und ab 30 plus ab 30 satz die chance von 30 prozent auf die versteckte fähigkeit aber ja das ist es mir nicht wert aber danke für die info ich lerne immer mehr über das spiel so war könnte auch sorgen sammeln erlernen wegen fähigkeit checken ach so das heißt ich check dann auch noch die fähigkeit ich meine das klingt alles super cool aber es ist einfach nicht nicht nötig würde ich mal behaupten es wäre cool wenn das spiel so so schwierige versteckte seltene pokémon hat dass ich das wirklich machen müsste weil dann würde ich richtig taktiken anwenden müssen um es mir einfacher zu machen ich würde behaupten bis ich das habe habe ich schon gefunden was ich suche kann mal ein snobili cut kommen wie hoch ist die wahrscheinlichkeit dass ein snobili cut kommt kein trugschlag für velosi außerdem ihr scham bolzen zur anspannung wenn es sich entwickelt nur wenn man hinten der bill dies fahren will ja das ist ja aber dann echt geil also ich verstehe warum ja hunter shiny hunter und sowas usum mögen ich verstehe es immer mehr wenn du so einfach also in anführungsstrichen einfach aber es ist ja wirklich im vergleich zu allem davor ist es ja einfach dann ein pokémon mit versteckter fähigkeit zu kriegen so einfach war es auch nie wieder dann ich meine ab gen 8 und gen 9 ist dann wieder events und hier kannst du jedes mit versteckter fähigkeit finden ich dachte kurz weil der kopf ungefähr gleiche form hat das ist eine gute frage wirkt die scham bolzen auch auf das gerufene habt ihr mal habt ihr zufällig aufgepasst ob die mauzis alle männlich waren die gerade gekommen sind geil dann kenne ich jetzt nur billi cut dann kill ich jetzt kann ich irgendwie beides machen jetzt muss ich aber aufpassen dass ich nicht so billi cut aus versehen kille jetzt habe ich kein schwaches mon mehr beziehungsweise ich muss auch aufpassen dass mein wurfels nicht einfach umgebracht wird es war noch weibchen dabei jetzt muss ich aufpassen gute frage nächste recherche ich finde ja man sollte fangen können trotz mehr pokémon auf dem spielfeld warum seid ihr alle so schnell ich schaff's nicht mal jetzt wo es da ist ich setze belebe ein keine angst aber was ist das für ein dreck was war schneller silvaro war glaube ich auch nicht schneller was hat so lang ausgehalten akupat auch so lang ausgehalten wegen käfer ich habe das gefühl ich muss top beleber machen ich habe einen top beleber und den setze ich jetzt ein um einen so billiger zu fangen ich komme jetzt noch mal beleber allen damit zeit haben silvaro hat aber trotzdem lange durchgehalten also arboritos ist richtig mobbing hier oder die sind schneller als ich aber ich habe sie auch sehr gemobbt die ganze zeit jetzt sos ist schon eine kleine mobbing methode hallo prime außer pokémon die keine hilfe bekommen die beiden affen aus dem schatten dschungel rufen keine hilfe vf wurden mal verteilt per event kannst du jetzt bitte wenigstens was ich glaube du warst schneller weil du hast immer zuerst angegriffen kann schneller sein ja verhöhner das ist jetzt blöd ich wollte eh nicht unbedingt noch mal eine attacke machen ich traue mich gar nicht noch mal anzugreifen ich glaube wir schmeißen jetzt einfach was der kann auch um hilfe rufen stimmt kannst du den zitter op irgendwie wieder aber gilt der zitter op gott sei dank gilt der zitter op noch jetzt eben nicht oder der zitter op gilt auf das eine das heißt es war gerade krasses pech einfach ich schmeiß jetzt einfach zitter op gilt immer noch ich dachte vorhin habt ihr gemeint zitter op ich meine ja ich könnte zitter op einsetzen nein aber dann ich glaube der zitter op gilt nicht so wurde das im tutorial gesagt was ich wobei doch ne ihr habt vorhin gesagt dass der zitter op nicht mehr gilt weil ich den dann jedes mal einsetzen müsste wenn ich das so mache ich will es nicht testen weil dann wenn er nicht gilt dann wir gucken mal wenn er jetzt die ganze zeit ruft dann gilt er das kann jetzt dauern oh 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 okay also es ist ja level 28 das heißt ich könnte ja doch ein funkensprung wird es doch nicht umbringen funkensprung mach jetzt funkensprung das passt schon Stopp. Ne, ein bisschen weiter noch. Egal. Okay, jetzt. Nice. Echt? Es gilt, solange der Kampf läuft? Obwohl das eine Pokémon nicht da war, als ich das eingesetzt habe. Den Zitterorb habe ich ja nicht eingesetzt, als Nobilikat da war. Das Nobilikat sollte gar nicht zittern, weil der Orb gar nicht mehr da ist. Aber vielleicht halte ich den Orb so hoch und bin die ganze Zeit so, zitter, du niederes Tier. Aber wir haben es geschafft. Finde ich aber, ist eine coole... SOS ist eine coole Methode. Ich habe allem immer davon geschwärmt. Jetzt verstehe ich es langsam. Es ist cool. Jetzt fange ich noch schnell ein normales. Soll ich gucken? Ja, stimmt. Ich gucke, ob es die versteckte Fähigkeit hat. Was wäre die versteckte Fähigkeit? Hasenfuß. Hasenfuß. Ich meine, ich sollte mich eh kurz heilen gehen. Nicht, dass es Mords, die mich dann umbringt. Dann gucken wir. Das wäre lustig jetzt. Aber wenn ich jetzt eins mit versteckter Fähigkeit habe, dann brauche ich alle mit versteckter Fähigkeit. Techniker hat nicht die versteckte Fähigkeit. Techniker hat nicht die versteckte Fähigkeit. Techniker hat nicht die versteckte Fähigkeit. Ich war bestimmt aber bei 20 Prozent, oder? Es waren schon sehr viele Mautzis. Es hat noch volle KP, da ruft es nur ab und zu, aber der Orb war noch aktiv. Okay. SOS ist auch geil zum Shiny-Hunten. Habe gestern ein Shiny-Huspy-Or mit SOS geholt. Ja, das sagen viele die ganze Zeit. Aber wenn ich hier Shiny-Hunte, dann wird es vor allem das Cap Pikachu sein. Und das Alola Raichu. Ich wollte immer Alola Raichu in dem Spiel hier in Shiny holen. Und jetzt, naja, gibt es Alola Raichu. Aber Radfratz könnte ich machen. Ich habe keinen Alola Radfratz in Shiny, weil das gibt es nur hier. Und Knorga habe ich genau genommen auch nicht. Mein Knorga ist von Pokémon GO. Also, gibt es Knorga selber? Ne, ne? Also Dragosso und Radfratz könnte ich hier Shiny-Hunten mit der Methode. Das ist bestimmt nicht so schwer, oder? Die gibt es auch bestimmt super geil in Gras. Soll ich dich fangen? Dann muss ich meins nicht mehr entwickeln. Ich versuche mal Aranestro zu fangen. Mit was? Mit was? Mit was? Level 26. Komm, kill meinen Fluffel-Luft. Passt schon. Dafür ist es da. Radfratz hat die zweitbeste Rufchance. War Mautzy? Was war Mautzy gerade? Auch die zweitbeste? Weil es war ja ständig. Oder sogar die beste. Hast du schon Shiny-Typ-0 und Winikro-Entwicklung? Ich spiele zum ersten Mal Gen 7. Also nein. Ich weiß nicht mal, wie man die kriegt. Warum macht der nichts? Ist mein Bitterkuss die Kuss? So. Kannst du dein totes Fluff eigentlich vor dem Heilen auf dem PC tun, damit es danach noch nutztot bleibt? Ja, aber ich glaube, das dauert länger, als es schnell sterben zu lassen, oder? Außer macht es mir Spaß. Es darf ruhig leiden. Ist ja im gleichen Pool. Okay, Radfratz ruft so oft wie das Mautzy gerade. Nice. Und Kindwurm ist wahrscheinlich im letzten Pool, oder? Überlebst du eine... Komm, du musst ein Blatt weg überleben. Warum ist das Anmelden eines Autos so ein Clusterfuck? Hallo Mina. Willkommen zum Pokémon-Stream. Aber lass uns über Autos reden. Äh. Warum ist das Anmelden eines Autos so ein... Oh mein Gott. So ein Clusterfuck? Ich fand das nie so schlimm. Aber ich kann dir erzählen, was schlimm war, ist, ein deutsches Auto hier in Irland umzumelden auf Irland. Das war ein Clusterfuck. Davon habe ich ja erzählt. Im Stream, als es damals so weit war. Oh mein Gott. Aranesro. Warum zwei? Stirb. Hm. Hm. Versicht. Da steigt wenigstens auch die Zuneigung jedes Mal, wenn es drauf geht. No, 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 no. Nix da. Fluffelluft bleibt für immer Fluffelluft. Es hasst mich so sehr. Ich versuche mein Auto seit 14 Uhr anzumelden, dass es alles schief gelaufen ist, was möglich ist. Hast du nicht alle Dokumente dabei gehabt? Also in Deutschland war das immer... Ich bin da so hin, hab alles dabei gehabt, was sie wollten. Und dann haben die das da gemacht. Dann habe ich mein Kennzeichen mir ausgesucht. Und dann war alles gut. Winikro weiß ich, ist shiny-locked. Okay. Shinra. Was möchtest du noch für Fehlinformationen verbreiten? Als nächstes erzählst du mir, dass Typ Null shiny-locked ist. Als nächstes sagst du mir, dass... Game Freak... Was gegen Kinder hat. Dann kommen die Wullpixel gar nicht. Hör auf. Klick. Ach, come on. Typ Null shiny-locked. Und vergesst nicht, wenn ihr den Schiller-Pin habt, dann müsst ihr den im Menü aktivieren, sonst gilt er nicht. Das ist ein ganz großer Anfängerfehler. Im Menü, im Beutel, Schiller-Pin, anklicken, aktivieren. Ganz wichtig. Ich habe heute extra nachgeguckt gehabt. Hast du nachgeguckt, gehabt, getan, gehabt? Okay. Und wo hast du nachgeguckt? Auf mogelpower.de? Kannst du mir das sagen? Also wirklich, wo du nachgeguckt hast? Damit ich irgendjemandem die Schuld geben kann? Raserei, Tragosso, chill. Deiner Mutter geht's gut. Oder? Ich will keine Raserei. Alola-Wullpix gibt's in Ultrasonne. Zum Glück spielen wir Ultramond. Hier ist es. Silvarro. Krieger. Genau, wenn man einem Shiny den Schiller-Pin zum Tragen gibt, dann kriegt's eine andere Farbe. Wunder-Schön. Macht er das hier auch? Das war so geil, als ich das Video dafür gemacht habe. In Kamesin und Purpur, wenn er schläft, also wenn man damit Synchromodus macht und sich nicht bewegt, dann schläft jedes Synchromodusmon und es nimmt seine beiden Kordeln und zieht sich die Haube zu und schläft dann. Das sieht so süß aus. Das zieht sich einfach den Kapu zu, so. Also macht's hier wahrscheinlich nicht. Vielleicht irgendwo auf dieser Insel, wo das rumlaufen kann? Oh, never mind. Hab mich komplett verguckt. Also kann ich dir die Schuld geben und nicht der Quelle, weil du nicht richtig lesen kannst. Du kannst natürlich Winikron-Typ-0-Shiny-Hunten. Du kannst sogar Capikachu-Shiny-Hunten. Du kannst nur nicht die Legis-Shiny-Hunten. Das kann man noch nicht Shiny-Hunten in Gen-7. Schattenfessel. Klingt geil. 80. Das kann nicht entkommen. Das ist geil zum Fangen vielleicht. Aber Unheilbölen. Schattenfessel physisch. Schattenfessel physisch. Was bin ich eigentlich? Ich bin tatsächlich physisch? Na dann erst recht Unheilbölen weg. Magiana Shiny-Locked. Okay, ja. Magiana Shiny-Locked. Yip, yip, yip. Das ist beim falschen Game. Ja, Winikro ist ein Schwert- und Schild-Shiny-Locked. Das stimmt. Winikro und Typ Null sind in Gen-8-Shiny-Locked. Also du versuchst dein Auto online anzumelden. Was versuchst du auch in Deutschland was digital zu machen? Hallo, da musst du hingehen. Noch davor, drei Wochen vorher einen Fax schicken. Also, digital ein Auto anmelden. Wie willst du denn dein Kennzeichen kriegen? Jetzt druckst du dir aus. Ich laufe mal rum und gucke. Aber ich wollte immer noch mein Maunzi. Das wollte ich ja gar nicht. Wahrscheinlich, jetzt muss ich meins nicht mehr entwickeln. Maunzi ist übrigens 20%. Regnet's hier immer? Hallo. 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 Ich bin Leute zu gucken. Wirkt der Schiller-Pin auf Winikro und Typ Null? Hier in dem Spiel? Nein. Ihr könnt all solche Shiny-Raten fragen und die genauen Zahlen nachgucken auf unserem Discord. Wo und in dem Kanal Chancen steht zu jedem Spiel zu jeder Methode die Shiny-Chance. Aber ich glaube, ist Usum? Usum habe ich glaube ich nicht, oder? Stimmt, Usum habe ich gar nicht. Weil das erst mit Gen-8 habe ich damit angefangen. Kann bitte Wuffels schneller sein? Gen-7 ist Liebe. Ist diskutierbar. Aber okay. Die Ultrabässchen waren nur in Sonne-Mond-Shiny-Lock. Kann Skorputzi sich mal in die Spirale rein kreuz spiralisieren? Okay, vielleicht ist Wuffels nicht der beste Kandidat. Aber warum ist Wuffels so langsam? Ach, weil ich paralysiert bin. Vielleicht deswegen. Shiny-Venico gab es auch durch eine Event-Verteilung? Das weiß ich nicht. Hat man die Möglichkeit, Shiny-Cosmock zu bekommen? Nein, Shiny-Cosmock ist Shiny-Locked und bisher noch nicht erhältlich in Shiny. Also jeder, der ein Shiny-Cosmock hat, auf den kannst du mit dem Finger zeigen und sagen, du Cheater, du Lügner, warum lügst du uns an mit deinem Shiny? Ist diskutierbar, ist eine geile Antwort. Brauche ich das zufällig gestern? Ach ja, wir haben vorgestern Foundation fertig geguckt. Foundation, Apple-TV-Serie, besser als Star Wars, besser als alle anderen Science-Fiction, Weltall-Sachen. Foundation ist so geil. Oh mein Gott, ich saß da auf. Das war so eine Serie, wo du alles weglegen musst und ich musste echt in den letzten drei Folgen musste ich mich nach vorne beugen zum Bildschirm. Warum kann nichts von mir entkommen? Akku bis auch langsam, vielleicht. Ich nehme Silvaron und da ist auch so, wo ich kurz auflachen musste, wo ein Herrscher sagt, ich, keine Ahnung, ich bin gerecht, ich entscheide nicht wie Gott und der Gegenüber nur so diskutierbar. Wo ist mein Knopf? Achso, das geht hier anders. Das ist komisch, dass ich Y drücken muss zum Tauschen. Nee, 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 so, 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 so. Debatable. Hallo Versi. Du hast nämlich eins und du weißt nicht woher. Du kannst immer Serie B Event, also, du gibst ein Venikro oder, nee, Poppoil oder wie es heißt, Serie B Event und dann werden dir alle Events angezeigt auf Serie B. Geht mit PokeWiki, glaube ich auch. So, männliches Mautzi, überlebst du eine Schatten, Schattenfessel? Ja, oder? Du überlebst eine Schattenfessel. Du überlebst eine Schattenfessel. Überlebst eine Schattenfessel? Du überlebst eine Schattenfessel. Ja, ist genau kalkuliert von mir. Sehr, sehr gut. Und da ist es. Das bleibt so drin. Da können wir die abhaken, die beiden. Klick, klick. Nice. Sonst noch irgendwas heute gefangen? Nee, ne? Das hat jetzt ewig gedauert hier. Okay, Tali, ich bin da, wir können weitermachen. Eine halbe Stunde lang Textboxen wegklicken. Ich suche bei der Brücke nach Professor und du den Rest. Okay, also war ich richtig damit, dass ich rumlaufe? Wir sind noch Gegner. Dann mache ich aber jetzt mal... Also, meinen Akku kann ich ja anscheinend entwickeln jederzeit, wenn ich Bock habe. Mollung. Dragossa entwickelt sich in der Nacht. Mollung. Ich weiß nicht, was ich an erster Stelle tun soll. Ach, kämpfe ich mit Silvaro. Ich kenne manche Events auswendig, aber sicher nicht. Gen 7 kenne ich gar nichts auswendig. Das ist geschehen, ich habe mir SOS-Methode ergiebiger vorgestellt. Wir werden den Hand zu Ende machen, aber danach wieder auf Masuda wechseln. Das ist okay. Machen wir mal Z, wenn ich es sehen will. Wie sieht das aus? Reliante Blütenpracht oder Reliante Blütenpracht. Warum sind es zwei? Okay, geht aus die Auswahl zwischen Brilliante Blütenpracht und Brilliante Blütenpracht. Stärke 100 Brilliante Blütenpracht. Na dann nehme ich Brilliante Blütenpracht. Ist jedes Mal die Bewegung anders bei jedem Typ? Brilliante Blütenpracht. Gomo Gomo No! Giotto Pistolo! Sag ich was? Ja, das ist eine Blütenpracht. Weil du zwei Pflanzen... Achso, weil ich zwei Pflanzenattacken habe. Hä? Das ist doch dumm. Weil, aber, 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 hä? Ich habe Angst, dass sich das falsch entwickelt. Aber das kann sich nicht falsch entwickeln, oder? Kann es sich falsch entwickeln? Kannst du dich falsch entwickeln? Wuffels. Ich habe Angst, dass es sich falsch entwickelt. Wuffels. In Gen 7. Nur in Ultrasonne? Das entwickelt sich falsch. Oder? Ne, ne, ne. Volverock. Uplevel 25. 19 bis 19 Uhr. 17 Uhr 12 haben wir. Uplevel 25. Ne, was? Zwischen... Hey, check ich nicht. Ultramond. 5 bis 5 Uhr 59. PM. Oder was? 17 bis 17.59. Aber, 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 aber... Hä? Ich spiele Ultra... Ich spiele Ultramond. Aber hier sagt er mir gerade, 17 Uhr bis 17.59 in Ultrasonne. Aber es kann doch gar nichts zu was anderem werden, oder? Schlüpft bei Zucht mit der Fähigkeit Gleichmut aus einem Ei. Fähigkeit Tempomacher. Weil, weil, weil... Die anderen können doch gar nicht dabei rauskommen. Tagsüber ab 25. Nachts ab 25. In Gen 7.9 um... Also wenn kommt jetzt... In Ultramond müsste es immer Nacht-Volverock werden. Genau, das steht hier auch. Nicht entwickeln, wenn du Zwielicht willst. Hast du vorher gespeichert? Nee. Also vor langer Zeit. Es könnte aber schon richtig sein. Wisst ihr warum? Aber war hier nicht gerade Tag? Ich glaube, zu wissen, was das Problem ist. Aber da müsst ihr mir jetzt verzeihen. Wir spielen gerade Ultramond. Aber der Speicherstand ist von Ultrasonne. Die Uhrzeit muss stimmen. Zu Risky. Aber muss sie bei Tempomacher auch stimmen, die Uhrzeit? Weil hier steht... Warte, Tempomacher Gleichmut. Hier steht... Weil hier wird unterschieden zwischen dem Wuffels von Tempomacher... Warte hier. Hier wird unterschieden zwischen Tempomacher Wuffels und das andere Wuffels. Das heißt, eigentlich sollte aus dem Tempomacher Wuffels nur eine Zwielichtform werden können. Ich glaube, bei mir sind die Zeiten andersrum, weil der Speicherstand ist von Ultrasonne. Wir haben damals angefangen mit Ultrasonne, weil ich das gerade da hatte. Ich hatte da noch keinen Ultramond. Ich habe aber hier auf dem PC nur Ultramond gehabt. Deswegen habe ich einfach den Ultrasonne-Spielstand auf Ultramond gepackt. Kann also sein, dass die... Das Tag, Nacht, wann, wo anfängt, halt einmal gespeichert wird, wenn du das Spiel anfängst. Und sich nicht mehr aktualisiert, weil ich den Speicherstand von Ultrasonne habe. Also es kann sein, dass die Uhrzeit so funktioniert wie in Ultrasonne, obwohl wir Ultramond spielen. Ich hatte meinen in der angegebenen Zeit entwickelt Versuche. Mich interessiert es jetzt auch, ob das funktioniert. Mach doch einfach nicht, entwickle, dann speichern, guck dann. Dann muss ich ja nochmal ein Level abmachen. Du kannst den Spielstand von US auf UM packen? Ja, die Daten sind die gleichen. Die Daten im Spielstand sind komplett universell. Was nicht geht, ist zum Beispiel Smaragd auf Saphir. Das geht nicht, weil es ein anderes Spiel ist. Aber zwischen Editionen ging das schon immer, dass man einfach macht, was man will. Weil in den Daten ist nicht wichtig, was, was ist. Die Daten, was, was ist, ist im Spiel drin, nicht im Speicherstand. Ich meine, ich habe ja noch ein Volverrock. Ich habe ja ein paar Tempomacher-Volverrocks. Mich würde es jetzt einfach interessieren, ob es funktioniert. Meine Theorie ist, ich habe gerade ein Level abgekriegt. Es ist 17 Uhr und deswegen hat es sich entwickelt. Weil es ist ja schon länger. Es ist ja nicht gerade 25 geworden. Es ist schon die ganze Zeit 25. Das heißt, es hätte sich schon die ganze Zeit zu, was auch immer, Like and Rock entwickelt. Es muss Zwielicht werden, weil es ist weit über 25. Und jetzt ist es gerade 17 Uhr, deswegen. Das würde bedeuten, dass, obwohl ich Ultramond spiele, die Zeit von Ultrasonne im Spiel gilt. Für die ist 18 Uhr. Herzlichen Glückwunsch, bei mir ist 17 Uhr. Und es ist natürlich eine Zwielichtform. Ja. Tempomacher-Wuffels kann sich nur zu Zwielichtform-Wuffels-Volverrock entwickeln. Fuchtler? Das nehme ich doch. Das nehme ich doch. Bei mir ist 18 Uhr. Bei mir ist 18 Uhr. Ihr könnt alle die Uhrzeit lesen. Ihr seid richtig cool. Happy! Du bist ein, äh, äh, ähm, 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 Westbrit. Nee, doch. Nee, wie heißt es? Hornweisel. Warum sage ich Westbrit? Hornweisel. Okay. Haben wir das geklärt. Weil seht ihr, hier ist gerade Sonnenuntergang. Obwohl 17 Uhr ist bei mir. Das heißt, die Uhrzeit ist im Spielstand drin, nicht im Spiel. Interesting. Bei dir ist 23 Uhr. Irgendwo auf der Welt ist gerade ein Gras Sam. Okay. Ich wollte den Kapu 1 mit der Spezialfähigkeit entwickeln zu Nacht, aber das ging dort auch nicht. Ja, das geht nicht, weil es die Spezialfähigkeit hat. Spezialfähigkeit entwickelt sich nur zu Zwielicht. Zu der richtigen Uhrzeit. Megumina, du bist ein Iglava. Bei mir ist Arbeitszeit, aber es übt auch niemand. Normalerweise gibt die ROM vor, was passiert, unabhängig vom Spielstand. So war es in Black & White. Du, aber das ist die einzige Erklärung, oder? Ich spiele gerade Ultramond, was wir sehen, wenn ich das Spiel neu starten würde. Und der Spielstand ist von Ultrasonne. Und jetzt ist gerade Zwielicht. Das heißt, wir haben die Uhrzeit von Ultrasonne und nicht von Ultramond. Anton John. Nein. Warum habe ich den noch nie vorher gehört? Okay, bin ich jetzt hier in der Sackgasse gelaufen und habe den Professor hier nicht gefunden? Oder soll ich surfen? Bin ich noch in die andere Richtung? Hier stand doch irgendjemand Junges. Hier. Suchen wir noch eine Katze. Nee. Wir suchen den Professor. Hat der Emo vielleicht die falsche Zeit? Nope. Jetzt zieht die Uhrzeit vom PC. Und jetzt zieht die Uhrzeit vom PC. Und wir haben ja auch... Warte mal, das wäre auch noch interessant. Weil wir haben ja schon hier was gefunden, was exklusiv ist. Welches von den beiden Wades? Vielleicht ist alles... Vielleicht spielen wir auch Ultrasonne einfach. Nee, weil... Warte, warte, warte. Warte. Die anderen sollte hier sein. Die anderen, die wir bisher gesehen... Also wir hatten auch kein Exclusive. Bei dem ich sehen könnte, was ich habe. Kann ich in PLA die Burmi-Form ändern? Ja. Wir mussten auf eine Karte ändern. Jede Karte hat eine andere Form. Also die Form... Du weißt es jetzt schon. Ich sag's trotzdem. Äh... Die Form, die du fängst... Auf der Karte, zu der entwickelt sich auch dein Burmi, wenn du's hast. Aber vergiss nicht! Burmi! Nicht Burmer Dame! Die dumme Kuh. Interessant ist, wie ich auf jeden Fall mit ins Video packen. Ist es so interessant? Ich mein, ja. Ich glaub, weil ich... Ich mach sicher die... Wolverock-Stelle fand ich grad interessant. Wolverock. Uhrzeit. Wo ist denn jetzt der Professor hier? Das ist ja unmöglich. Ein Doppelkopf. Oh mein Gott. Lurky. Schau nicht hin. Ich glaub... Du würdest... Naja. Explodieren. Nicht hinschauen. Es ist zu viel Power in einem Bild. Ähm... Z-Attacke. Geht ihr dann auf das Feld? Achso, ja. Was ich dumm finde... Das ist doch total unsinnig. Weil ein Z-Stein gilt nur auf einen Typen. Also warum werden mir beide meine Pflanzenattacken angezeigt, als die gleiche Attacke, wenn ich sowieso nur einen Typen als Stein haben kann? Lurky brauche eine Zigarette, genau. Schau dir an, wie es jetzt explodiert. Wups. Ich hätte es andere nehmen sollen. Wie geht's um die AP? Ah, die AP sind dadurch... Also wenn ich... Das heißt, ich kann jetzt Blüten, Donner, Wirbel, was auch immer... Kann ich tatsächlich 40 plus 25 mal einsetzen. Weil ich hab insgesamt 65 AP. Und das ist nur so viel, weil ich zwei Pflanzenattacken hab. Aber das macht ja auch keinen Sinn, wenn ich eine Z-Attacke nur einmal pro Kampf einsetzen kann. Aber ja, ich kann Kampf, 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 Kampf. Okay. Ich trotzdem quatsch. Hat jetzt mein Mollung ernsthaft nicht angegriffen, weil ich sein Ziel zerstört hab? Das sollte doch das Ziel dann ändern. Ich hab nicht hingeguckt. Nein. Haben ich unterschiedliche Stärke? Das könnte ich auch noch gucken, aber das wäre ja auch dumm, wenn ich eine Z-Attacke habe und die kann verschiedene Stärken haben. Kann auch nicht sein. Sag mal, mein Mollung greift einfach nicht an. Ich würde ja verstehen können, wenn ich ein Pokémon mit mehreren Z-Steinen aufladen könnte. Dann würde ich verstehen, dass es dann verschiedene Slots gibt. Aber wenn es sowieso immer nur ein Typ ist, warum soll ich dann zweimal den gleichen Typ als Attacke haben, wenn es eh mal nur eine Attacke gibt? Aber ja, die AP würde Sinn ergeben, aber es ist dann trotzdem. Dann würde ich doch trotzdem nur eine Attacke auswählen können, aber die AP sind halt dann auf beide. Herrscher. Da sitzt Kikui. Typenbasierte Z-Kristalle ändern alle Attacken des jeweiligen Typen. Pokémon-basierte Z-Kristalle äh... Achso, ja, also ist es das. Heißt das, dass ich ein Pokémon-Z-Attacken-Stein-Dings anwenden kann plus ein Typen-Z-Stein? Das heißt, Silvarro kann den Silvarro-Stein und den Pflanzenstein tragen. Dann verschähe ich das Ganze, weil dann... Dann ist es trotzdem blöd, dass wenn ich Pflanze aktiviere, dass beide Pflanzen angezeigt werden. Und den Geiststein. Und den Flugstein auch? Nee, nicht gleichzeitig, klar. Das heißt, wenn ich dann auf Z-Kraft drücke, ist hier... Trotzdem ist es ja aber ein Fehler, dass hier beide dann angezeigt werden. Da sollte ja realisieren, dass es beides Pflanze ist. Also zeige ich es nur einmal an. Ich finde es nur, dass es ein blödes Game-Design ist. Das heißt, weil hier ist auch... Es ist die gleiche Attacke, es ist 100. Es ist wirklich die gleiche Attacke, es ist nicht unterschiedlich. Er kann doch nur ein Item tragen. Aber Kristalle werden nicht... Kristalle werden nicht zum Tragen gegeben. Das heißt, ich kann... Ja doch, hier steht Trägt bereits. Gibt es irgendwo was, was zweimal ist? Hier in Norumium sollte ich zweimal einsetzen können. Mein Volverock hat den Petrium-Stein im Moment. Mein Baum kann mein Volverock nicht den Volverock-Stein nehmen jetzt. Das ist aber, wenn ich die Attacke noch nicht kann. Ich brauche Steinkante. Okay, aber ich kann Norumium mir beibringen. Nee. Nee, geht nicht. Wird ausgetauscht. Das meint ihr mit nicht gleichzeitig. Ja, dann sind wir doch immer noch beim gleichen Problem, dass es schlechtes Game Design ist, dass einfach die gleiche Attacke zweimal dargestellt wird, obwohl es die gleiche Attacke ist. Darum geht es mir doch. Es würde Sinn ergeben, wenn ich verschiedene Z-Sachen gleichzeitig lernen könnte, und dann kann ich aussuchen, welche ich machen will, wenn ich auf Z drücke. Aber da es in keinem Umstand möglich ist, mehrere Z-Attacken gleichzeitig zu können, ist es komplett Bullshit, mehrere aufzulisten. Aber ich, ich... Vielleicht geht es mit, äh... Vielleicht geht es mit Volverock und Stein. Das kann sein, dass es geht. Aber das wären dann auch zwei. Das mit den AP ist auch schön und gut, aber es ist halt trotzdem nicht... Weil bei Z-Attacken steht noch nicht mal die AP-Anzahl da. Wenn AP der Grund ist, oder ich gucke gleich nochmal, aber wenn AP der Grund ist, dann sollte auch... Ähm... Ich reg mich doch nur auf, dass es nicht durchdacht ist. Vielleicht ist es durchdacht. Aber ich will es verstehen. Ähm... Felsgrab... Und wann lernst du Stein-Kante? Volverock? Böse. Böse Volverock? Gucke nicht auf den Arsch. Konzentriere dich auf deine Attacke. Böses Volverock. Wir wollen einfach froh sein, dass es funktioniert. Nein! Nein! Hm. Hier, Z-Kraft. Bei Z-Kraft steht noch nicht mal eine... eine AP-Anzahl da. L-Taste plus A. Stärke 140. Krass. Kreis, warum ist Feuer so stark? Dynamische Magie... Maxi-Flamme. Let's do it. Ja, der Tanz ist anders. Die sind immer anders, die Tänze. Das sind leicht übertrieben. Wie es lebt noch? Warum lebt es noch? Hast du nicht die Explosion des Jahrhunderts gesehen? Stimmt, es war eine normale Maus. Die Z-Attacken, auch wenn es nur um Pflanze geht, haben verschiedene Stärken. Deswegen werden mehrere angezeigt. Absorber mit dem Pflanzen-Z-Stein hat weniger Kraft als Blättersturm im Z-Stein. Das System ist trotzdem uncool. Ah, okay. Das heißt, mein Rasierblatt und mein Blattwerk sind beide nah genug gleich stark, sodass es zum gleichen Blättersturm wird. Aber wenn ich jetzt Absorber und Rasierblatt hätte, dann wäre der eine Blättersturm stärker als der andere. Deswegen war auch gerade meine Feuer-Attacke so viel stärker als die Pflanzen-Z-Attacke. Weil es einfach eine stärkere Attacke war. Bei Funkenflug ist nicht so stark. Ganz genau. Okay, dann macht's Sinn. Dann macht's Sinn. Weil das war bei Giga fand ich so komisch. Bei Dynamax wird jede normale Attacke wird zu Schild. Und jede Feuer-Attacke wird zu Giga-Flamme oder Dünarfeuer, Dünar-Flamme oder sowas. Ich weiß nicht. Ich glaube, von Z-Attacken halten competitive Leute nix. Aber das finde ich dann logischer. Dass natürlich ein Glut schwächer ist als ein Flammensturm. Als Z. Danke für die Erklärung. Ich weiß ja nicht, ob das stimmt. Ich glaub dir jetzt. Aber wir werden's bestimmt mal sehen hier auch. diesen Clip lasse ich nicht abspielen. Laubfuchs! Laubfuchs! Du bist ein äh Licky 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 Okay, sie erzählen von ihrem Ultra-Pforten. Anego Nächste Nächste Herausforderung ist auf Roto 10 Bushaltestelle Kann ich mit dem Bus fahren? Leo, weißt du was? Ich weiß. Auf dem Hokulani-Berg gibt es eine Sternwarte. Uh! Können wir da einen Kosmog fangen? Bye! Maury! Du bist ein Sproxy. Ich hab das Gefühl, das hast du schon mal. Oder? Hatte nicht jeder schon mal einen Sproxy? Ist ein Zeichen für mich, jetzt Schokolade holen zu gehen. Gut. Du meinst Meteneo? Meteneo. Stimmt, Meteneo macht da oben auch Sinn. Dann hab ich das gleiche Glück wie bei den Gen 5 Affen, dass ich jede Farbe hintereinander kriege, ohne dass was doppelt kommt. Noch kein Sproxy. Gut. Hast du etwas Zeit für mich? Warum hat die das da drin? Soll sie mal freilassen? Also ich wollte wissen, wie war denn dein Eindruck von der Präsidentin? Ich weiß nicht. Oh ja, natürlich, ich dachte, vielleicht hättest du sie getroffen. Nö. Bitte entschuldige meine seltsame Frage. Hä, du warst dabei? War sie nicht dabei? War sie nicht dabei? War sie nicht dabei? Nee, sie war nicht dabei, stimmt. Also, weil ich dich eigentlich bitten wollte. Geht es um Wölkchen? Komm zur Sache, komm. Ja, so ist es. Ich will mit Wölkchen zu den Ruinen von Ula Ula. Aber um dorthin zu gelangen, muss man zuerst eine Wüste durchqueren. Dich zu bitten, mich dorthin zu begleiten, wäre eindeutig zu viel verlangt. Es soll ein Buch geben, das weiterhelfen könnte. Würdest du mir vielleicht dabei helfen, danach zu suchen? Ich weiß, dass die Bibliothek von Malie, irgendwo im Zentrum von Malie liegt. Da sollte ich irgendwie hinfinden. Gott, ein bisschen, ein bisschen Selbstvertrauen, werte Dame. Das ist ja schrecklich. Sie ist der Charakter, die dann am Ende so ultra stark wird und dann ausrastet. Sie ist quasi das Anton oder, oder, oder der Rothaarige aus, äh, der, der Blonde aus Demon Slayer oder, oder Usopp aus One Piece. Das ist sie. Gibt es da für einen Namen eigentlich so wie Zundere, nur das Gegenteil? Gibt es das Gegenteil von Zundere als Begriff? Ich bin die ganze Zeit im Kreis gelaufen, bis ich irgendwie in einer Boutique gelandet bin und als ich dort dieses tolle Outfit gesehen habe, konnte ich einfach nicht widerstehen. Okay, welches Outfit? Trägt sich das gleiche? Mein Ausflug war nicht ganz umsonst. Eine der Verkäuferin hat mir verraten, wo ich die Bibliothek finde. Das war aber ein schnelles, äh, ein langes Erlebnis dafür, dass ich zehn Sekunden gebraucht habe. Sie ist voll mein Typ. Lange sehr, Leo. Mwah, mwah, mwah. Deine Inselwanderschaft geht gut voran, wie ich sehe. Das wird der Schutzpatron freuen. Mein Name ist Lily. Tut mir leid, dass mein Pampros dich ebenso erschreckt hat. Kannst du ja gar nicht. Du siehst nicht so aus, als wärst du auf Inselwanderschaft oder irre ich mich da. Ich interessiere mich für die alten Ruinen, weil, nun, ich habe meine Gründe, geht dich gar nichts an. Du bist neugierig, das gefällt mir. Ich kann euch gerne den Weg zeigen, verlasse euch auf mich. Mein Pampros sieht nicht nur stark aus, zwei Passagiere sind für ihn ein leichtes. Vielen Dank. Das sollten wir aber in der Bibliothek vorbeischauen. In der Bibli. In der Stabi. In der... Den hinten kenne ich. Ist das nicht der Professor Eich auf... gebräunt? Ich bin auf der Suche nach einem alten Buch. Dieses Buch enthält eine Legende, von der mir Professor Burnett erzählt hat. Ja. Fragen wir mal Professor Eich. Olalula. Alula. Durch die Inselwanderschaft bist du mit dem Regionalformen der Pokémon bereits bestens vertraut. Nein. Einfach nur aus Prinzip nein. Achso, das war es? Okay. Soll ich alle Bücher jetzt anschauen? Leistenslicht der Kraft, Schutzpatrone der Sterne, war es das? Nach dem Titel, okay. Okay, die Lore, oh mein Gott, seht euch die ganze... Oh! Ein vergibtes Foto. Holst du dir auch das Pseudo-Leggie ins Team? Du meinst Mi... Midiras? Niemals Esslichstes Pseudo-Leggie der ganzen Geschichte. Ich schaue gerade nach dem Gegenteil von Sondera und ich bin in einem Rabbit Hole gelandet. Wie, jetzt hat sie das Foto genommen, aber sagt mir nichts. Ich habe ein Foto gefunden. Das Buch ist sehr wertvoll. Eine Teredere. Teredere. Verwandter von Pterodactyl. Hier, meinst du das? Werf einen Blick rein. Oh, vielen Dank. Also ich finde Grandira ist nicht hässlich, vor allem das Shiny ist sehr schön. Ich finde es durchaus hässlich, vor allem das Shiny ist sehr, sehr hässlich. stehe dazu, Scarlet. Aber ich stehe dazu, dass es so hässlich ist. Der Titel lautet Das Licht von Alola. Okay, okay, interessant. Hm, ja. Wer kennt die Geschichte nicht? Spannend, oder? Ja. Ich bin Lola. Wie bitte? Du heißt Lola? Man sieht mir vielleicht nicht an, aber ich stamme von einem alten, ziemlich beeindruckenden Folg. Angeber? Das Moch muss leider in Bibliothek bleiben, damit es nicht von Pokémon angeknabbert wird. Ich kann euch noch viel mehr über die Legenden Alolas erzählen. Okay, sie bleibt hier, ich gehe auf Route 10. Was war jetzt mit dem vergibten Bild? Ist das eine eigene Quest? Finde ich noch ein altes Bild? Ich habe alle Bücher. Warum hast du mir das Bild weggenommen? Du hast gesagt, du guckst, wem das Buch gehört und hast mir das Bild weggenommen. Fack's nicht. Moment, was Fliegen ist verboten? Oh, damn, damn. krass. Sie kommt aus Jotu. 15, ich habe gesehen, 80 Sticker ist das höchste, glaube ich. 80 Sticker und ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich glaube, 80 war das höchste. 20 kann ich schon den ersten abholen, aber wahrscheinlich erst, wenn man die Story durch hat. So, Route 10, du das. Kap am Straßenrand, Kap am Strand hat es geht hier ab. Gut, das reicht ab nach Hause. Schleim. Und bei der Arbeit, eine Nebenquest. Wir entsaugen Müll, wir bringen den Müll zu Slimer, die essen das dann. Weißt du was, mein Slimer sieht aus, als hätte es ein bisschen zu viel gefuttert. Willst du nicht noch ins Pokémon Center? Warum? Hat sich inzwischen deine Opinion über Gen 7 etwas geändert? Das SOS-System ist cool. Also viele, boah, das haben ja viele gesagt, Gen 7 ist zwar kacke, aber Shiny Hunten, SOS-Methode, Masuda-Methode macht Spaß. Oder Ultra Fort macht auch Spaß. Also ein paar Funktionen, ein paar Gameplay-Sachen sind cool, aber das Setting, die Grafik, die Grafik ist okay, wenn man es emuliert. Dass es keine Arena-Leiter gibt, aber irgendwie schon und dass dann die Herrscher und davor diese dummen Rätsel, ich weiß nicht, die Dialoge, sehr kindisch. Weiß nicht. Was ist Slime-Mock? Unlicht, ne? Eigentlich ist alles unlicht. Ah, ne, ist eine Fee, ne? Ne, wie war das? Stücke-Fee? Nein. Warum war das so schwach? Tali, Tali und seine Malasadas. Tali redet halt nur Sturz die ganze Zeit. Dünn-Licht-Gift, ja. Für ein 3DS-Game ist das Game mies-hübsch. Die Auflösung auf dem DS ist nur Killer. Ja, die Auflösung ist wirklich ein Witz auf einem DS. Ja, die Grafik ist, äh, die Grafik ist nicht die Schuld vom Spiel, das stimmt. Aber ich hätte keinen Bock, das auf dem kleinen DS-Bildschirm zu spielen, weil du siehst wirklich jeden einzelnen Pixel. Das Spiel ruckelt auch mies auf dem DS, das ruckelt sogar hier. Also der Emulator selbst hat auch Probleme. Slymog ist Tank, nicht Tank genug. Jetzt schenk mir dein Slymog. Was? Stop! Nein! Nein! Okay. Auf dem 3DS hat XY mit dem 3D-Modus auch nur noch gefühlt 5 FPS, ja. Vor allem der, also sie haben ja so viele 3DS rausgebracht und ich glaube die Leistung oder die Bildschirme wurden nur größer, aber nicht hochauflösender, oder? Also, weil es kam ja echt, selbst der New 3DS XL hat glaube ich keine bessere Technik drin, es ist einfach nur eine andere Verpackung. Also weiß ich nicht, aber so scheint es. Warum sieht es so riesig aus? Es sieht so riesig aus. Ich habe übrigens jetzt mich mehr mit der PS5, ich habe angeguckt, PS5-Verkündung und sowas. Sieht schon cool aus, was sie gezeigt haben. Man sieht vor allem wirklich, also zu dem, also zumindest, was sie gezeigt haben, ist ja alles von denen fabrikiert, fabriziert, fabricated. Aber das, was sie gezeigt haben, ist schon krass, wie die Spiele nochmal um einiges besser aussehen. das Raytracing und das AI zwischen Pixel-Ding und sowas. 800 Euro ist trotzdem eine Stange. Das ist eine ordentliche Stange. Aber man darf nicht vergessen, dass die meisten Leute haben keinen vollwertigen PC zu Hause. Die meisten Leute wollen keinen vollwertigen PC zu Hause. Die meisten Leute haben einen Laptop oder ein Tablet, mit dem sie ein bisschen arbeiten, ein bisschen hin und da E-Mails checken. Die wenigsten haben Bock, sich ein 2.000, 3.000 Euro PC zu Hause hinzustellen, mit dem sie alles spielen können ohne Probleme. Ich habe auch nur einen PC, weil es mein Job ist. Ich würde niemals einen PC haben sonst. Ich will auch lieber mich auf die Couch setzen und einfach eine Konsole anmachen und es funktioniert. Ich brauche keinen 4K 120 FPS, wenn ich für ein Drittel des Preises eine Konsole da stehen haben kann, die einfach funktioniert. Und ich bin so angepisst von meinem PC, dass er nicht upgradable ist. Alle sagen immer oh PC, du kannst machen, was du willst. Nein. Ich habe es irgendwie geschafft, Specs von meinem PC, die saugut sind, zu kaufen. Damals, vor 5 Jahren, mein PC hatte mitunter die besten Specs, die du haben konntest, damals vor 6, 6, 5, 5, 6 Jahren. Weswegen ein Update von meinem PC bedeuten würde, dass ich alles updaten muss. Ich habe letztens wieder mal geguckt, was ich so alles mir holen müsste, wollen würde, könnte. Ich bräuchte neues Motherboard, ich bräuchte neue RAM, ich bräuchte neue CPU. Nur meine Grafikkarte würde wahrscheinlich passen. Also die müsste ich nicht upgraden. Außer ich will sie upgraden. Aber um auch nur irgendwas abzugraden in meinem PC, muss ich einfach 3 Komponenten komplett neu kaufen, was locker über 1000 Euro kostet. Also dieses ganze Jahr, und wenn du irgendwas stärker haben möchtest, dann holst du dir einfach das in neu? Nö. Ich will eine neue CPU. Das bedeutet, neuer RAM, neues Motherboard. Mehr als 1000 Euro direkt. Bei einer PS5, ich kann alles spielen, was ich will. PC Master Race nicht so Master Race, finde ich. Du kannst bei dir noch ein X3D einbauen. Ja, aber das ist ein Mini-Unterschied. Wenn ich upgrade, dann will ich doch einen Unterschied bemerken. Ich will einen neuen i9 i9 oder neuen i7 und nicht einen, der ein bisschen besser ist. Gucken wir zurück zur PS3. Ja, PS3 hat am Anfang auch 800 Euro gekostet, aber das ist halt auch 10, 15 Jahre her. Da waren 800 Euro sogar. 800 Euro wären damals, also wären heute noch mehr. Netzteil vermutlich auch. Ich habe ein ziemlich krasses Netzteil drin, das habe ich nicht geguckt, ob ich da auch ein neues brauche, aber kann auch sein, ja. Ähm, stirb, Fluffeluff, stirb einfach. Komm, stirb einfach. Ist okay, Fluffeluff, ich bin da. Wann hat jemals eine Gaming-Konsole 800 Euro gekostet? PS3. PS3, guck nach. PS3 Release. Ne, Mark war da nicht mehr. PS3 kam nicht zu Mark-Zeiten raus. Was glaubst du, wie alt die PS3 ist? Die ist nicht so alt? Mark. PS3, damals die allererste, die Fat Mama, als sie rauskam, hat 800 Euro gekostet, weil sie einen Blu-ray-Player hatte und Blu-ray-Player waren damals extrem besonders. Ein Blu-ray-Player allein hat damals so viel gekostet, weil es komplette neue Technologie war. Deswegen haben so viele Leute sich eine PS3 geholt, weil sie einen Blu-ray-Player hatte, die im Vergleich dazu günstig war, weil du einen Blu-ray-Player gekriegt hast. Und die Xbox damals ist auf UHD oder auf dieses HD-Format gegangen, was es nicht geworden ist. Deswegen war die Xbox so krass unbeliebt an. Die Idioten. Äh... Schattenfessel? I don't know. Die hat 399 gekostet. Am Ende. Hast du... Sorry, Schreibfehler. 599. 599? Machen wir 699. Wir runden auf. Ich dachte, die PS3 hat 600 Euro gekostet. Immer diese Fact-Checker. Ich habe euch gut trainiert. Gut am Fact-Checken. Äh... Und wie viel sind 600 Euro heute? Wie viel sind 600 Euro in 2024? Achso, du musst immer noch sagen, wie viel sind... Warte, ich muss es ja im Vergleich stellen. 2006. 884 Euro sind es heute. Oder zwei Pokémon-Booster, Sogar mehr als 800 Euro sind heute 600 Euro die es damals sind 2600. Ich dachte, sie war damals 800 Euro. Aber ihr habt... Wahrscheinlich habt ihr recht, sie war damals 600 Euro. Was heute einfach 890 Euro sind. Krass, oder? Ja, Nintendo macht nie was bei Preisen. Weil Nintendo weiß, dass sie besondere Sachen Herstellen herstellen. Sagt mir eine Konsole, die so viele exklusive Titel hat, die die ganze Welt kennt. Warum geh ich? Ich geh zurück. Die PS5 Pro hat ja nicht mal ein Laufwerk. Das kostet halt legit nur 130 Euro drauf. Wenn du ein Laufwerk willst, ja. Selber schuld. Wenn du so was Antikes möchtest, wie ein Laufwerk. ich geh zurück. Bei Konsoles Laubwerk Pflicht. Nö. Wo geht's lang? Geht's hier gar nicht lang. Okay, ich geh wieder. Ich verstehe, ich muss mal anders hin. Die GPU hat vor 10 Jahren auch mal 500 Euro am oberen Ende gekostet. Jetzt sind wir bei 2K. Ja, das ist... Also wenn ich mir so denke, wie Leute mal sagen, oh, ich habe jetzt eine neue 5080. Und ich denke mir so, alter. Mal eben kurz sich irgendwie eine 4080, 5080 kaufen. Und es kostet einfach 2K, 3K. Du guckst auf der Website von Nvidia und denkst dir, was? Eben, also im Vergleich zu einem PC, der das gleiche aufbringt wie eine PS5, weiß ich jetzt nicht. Ich bin da echt nicht so gut drin. Aber kostet nicht ein PC mit den gleichen Stats wie eine PS5, würde das nicht um einiges mehr kosten? Weil du halt diese ganzen Teile brauchst. Klar hält es dir länger. Es gibt mehr Spiele zur Auswahl wahrscheinlich auch. Aber ihr braucht es euch doch nicht aufregen über eine PlayStation Pro. Ihr wollt sie ja eh nicht kaufen. Gibt es hier irgendjemanden von euch, der sich darüber ärgert, weil ihr sie euch gekauft hättet sonst? Irgendjemand so, oh ja, ich hoffe, die PS5, PS Pro kommt raus. Jemand hat doch gehofft, auf die PS Pro, damit ihr sie kauft. Kauft einfach die PS5. Werde überhaupt. Warum funktioniert Schattenfenster nicht? So, Ibitac ist normal. Ich drucken. Mir reicht die Switch. Ich werde sie trotzdem irgendwann holen. Ich wäre eher interessiert an der Light. Ist die Light eigentlich raus inzwischen? Die haben doch die Light darüber... Die sah halt super... Die hat halt noch weniger Unterschied gehabt. Die Light war halt wirklich ein bisschen traurig. Mir reicht auch Kapu auf der Switch. Besser wird es nicht. Ja. Der Monolith des Gaming-Himmels. Karmesinon Pro Pro. Switch Lite? Ne, PlayStation Pro. Äh, PlayStation 5 Lite gab es ja auch. Ein bisschen kleiner ist. Aber halt kaum kleiner. Light Slim. Ich glaube, Slim Lite. Das ist ja gleiche Begriffe. Gleiche Sache. Toxin. So ein Molund mit Toxin. Wie stark ist eigentlich Smog? Weg damit. Aktuell gibt es nur noch die Slim-Varianzen zu kaufen. Keine Ahnung. So viel Slimmer war die eigentlich gar nicht. Eben. Tarnsteine? Nö. PS2 war noch eine gute Konsole von Sony. Okay. Und wie viele PlayStation-Konsolen hast du gehabt seit der PS2? Mom, da liegt was. Lass mich das aufnehmen. Hackatack. Hackatack. PS3 war die beste PlayStation-Konsole. Alle waren groß. Was die PlayStation 3 an Spiele hatte, die alle bis heute nicht wirklich geremastered wurden, außer die ganz krassen wie GTA und Last of Us und sowas. Aber es gab so viele geile PS3-Titel, die einfach in Vergessenheit gegraten sind. So viele. Lollipop Chainsaw. Wie geil war dieses Spiel. Oder, oder, oder. 3D.Game Heroes. Wie geil war dieses Spiel. Warte mal, welches Pokémon auf der Route SOS chainen könnte. Hier. PSP war verdammt gut. Hier kann man Octillery SOS chainen. Slimer. Meli, danke für den Raid. Ich hatte 1, 2 und 3, danach habe ich das Interesse verloren und bin auf Nintendo gewechselt. Ich bin nur wegen Streamen auf Nintendo wieder gewechselt. Ich bin nur wegen Streamen auf der Route SOS. Ich bin nur wegen dem Raid. Nintendo PlayStation war die beste. Ich bin nur wegen der Gaid. Nur für einzelne Spiele habe ich überhaupt Konsolen, PC bleibt halt Beste. Wenn du das so denkst. Achso, hier gibt's Velusi mit Hidden Ability, okay. Was bräuchten wir, Velusi? Demon King 3 und 6. Radical Action. Ich bräuchte einen Radfatz, glaube ich, noch. 3 und 6. Schauen wir mal, was 3 und 6 er gibt. Sexy, Schmexy, ein Bisa Floor mit laszivem Blick. Bisa Rack. Glura Floor. Was besser. Gleicher Kopf wie Alolas Mobilität. Ein bisschen. Verkrag, Rosso, Trugschlag. Oh mein Gott, wird das Knogger etwa zu meinem. Aber Knogger kann Knogger Hypnose oder sowas. nicht mehr als Ess, ja? Nee, ne? Ja. Hau raus, hör doch nicht auf die. Hau aber weiter. Hallo! Oh, schrinzen. Oh, ey, schrinzen. Hallo. Akub schneller als ein Schaf. Man kann tatsächlich an den. So, der will gar nicht, was? War das ein anderer? Wer hat denn gerade das... Ach du, der Polizist. Hallo Sophie. Was gibt's heute zu essen bei dir? Ich weiß es nicht. Irgendwas, was Rosa macht. Ich glaube nicht, dass sie Bock und Zeit hat, Suppe zu machen. Ich weiß nicht, was es gibt. Hallo Jenny. Wieder Fulcano. So ein Klischee der Polizei-Wachmann-Sicherheitskraft. Aber selbst ein Fulcano schaffe ich mit meinem unglaublichen Akub. Wow. Oh, oh, oh. Akub, nein! Akub, wie konntest du nur verlieren? Moment, ich... Moment, ich... Vielleicht stehe ich... Setkraft. Apokalyptische Steinpresse. Entspann dich. Ach, und dann trage ich sogar... Dann trage ich sogar das Reit-Outfit. Weil ich das gerade trage. Okay. Dann ist es noch nicht mal... Voraufgenommen, wie sagt man. Das ist nicht einfach eine Cutscene. Das passiert gerade wirklich. Bonk. Okay, das hatten wir vorhin schon. Stimmt die Angabe, dass man ab einer Kantenlänge... Kettenlänge von 31 maximierte Shiny-Chance beim SOS-Handen hat? Hey Google. Stimmt es, dass man ab einer Verkettung... Es ist 1 zu 273... Ab einer Kette von 31 plus. Ich habe deinen Satz in Google eingegeben... Und ich bekam diese Antwort. Bist du zufrieden mit dieser Antwort? Die Antwort ist somit... Ja. Wenn du den sogenannten... Schiller-Pin wahrscheinlich hast. Hast du den Schiller-Pin? Warum boxen die ein Schild? Hört auf das Schild zu boxen. Es kann doch nichts dafür. Der Bus kommt doch gleich. Mein Akkub kommt... Was? Och komm. Mein Akkub ist doch schon auf dem Weg. Oha, Tanzer. Und nach ca. 220 musst du wieder bis 31 chaneln, weil die Chance resettet. Nur im Sonnenmond, nicht in Ultra. Roter J. Okay. Vorsicht. Mit dieser Information. So, ich hätte weiterlesen können. Ich kopiere nochmal den Satz. Die alte Information... Ne, warte. Äh... Chain doesn't reset in Ultra Sun und Ultra Moon. Ja. でき... Sodaus. 物ö Farbe. Krass in Maul. Ich habe auch ein paar mal gelesen, dass es erst ab 70 losgeht. Das war aber nicht eine... jah. Achso, du sagst 31. Ja, das ist anscheinend ein Gerücht gewesen, eine falsche Information, die sich verbreitet hat damals. Das ist ab 70 erst. Das ist ab 70 maximal, das ist ab 31 maximal. Anza, komm schon. Oh. Was ist denn noch mal das Gen 7 Shiny Typ 0? Du redest von meiner Challenge wahrscheinlich. Mein Gen 7 Shiny, das ich mir holen möchte, ist Cap Pikachu. Tötet mich. Okay, tötet mich besser. Das, was glitzert, aber keine Shiny Farbe hat. Ja. Andere, schwach. Anza. Bin ich jetzt wirklich gegen dieses Tanzer, obwohl es mich schon dreimal töten hätte können? Ist Typ 0 nicht Shiny-Locked in Gen 7? Sagst du es gerade als Joke wegen vorhin? Ich war mir gerade nicht sicher. Nein, es ist nicht Shiny-Locked. Hallo, Fallgott. Sollte so nach oben gucken denn. Ja? Okay. Und wenn du das. Ich bin ein Flug. Ich bin ein Flug. Ich bin ein Flug. Ich bin ein Flugzeug. Ich bin ein Flugzeug. Ich bin echt viel im Pokémon Center in diesem Spiel. Das ist ein gutes Zeichen fürs Spiel. Vielleicht für mich. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es herausfordernde Kämpfe hat, dieses Spiel. Wir haben halt gar keinen Herrscher gemacht. Dafür haben wir Snobili-Cut gesucht. Ach komm, diese scheiß Bäume, ich bin so weit weg. Die nerven mehr als SOS. Okay, Fluffluff, nein! Jetzt Schambolzen? Wenn man stirbt, kommt Schambolz? Ich weiß gar nicht, was Schambolzen in Wirklichkeit macht. Akkub. Okay, ich sollte Akkub langsam entwickeln gehen. Ich glaube, inzwischen hat es ein stolzes Level von 34. Es ist halt auch weit genug weg. Ich denke da nicht dran. Ich sehe den Baum gar nicht. Das ist so ein Quatsch, ey. Das ist nicht mal ein Pflücker von Silvarro mit 8 Leveln mehr. Ein Tanzsack hält es krass. Die haben doch hier irgendwas angeschraubt. Irgendwas krasses, das alles schwerer ist. Der dritte hintereinander. Was ist das? Was ist mit diesen Bäumen? Da ist auch noch krasses Panzer Heron drin. Perfekte Gelegenheit, um meinen Molung krank zu trainieren. Kann aber sein, dass mein Molung jetzt instant stirbt. Schaffst du, schaffst du. Leicht übertrieben, eine dynamische Maxi-Flamme. Wie heißt der Spruch, den die Ninjoforce, wie hieß die nochmal? Ach, Planet Namek. Die Jinjoforce. Kannst du dir nicht irgendein Spruch, den ich davor sagen? Oder Gohan und Gohan und Goten, wie sie ihren Tanz machen. Manchmal hinterlassen die einfach Items. Trunks und Goten. Was habe ich gesagt? Gohan. Trunks natürlich. Ja, ja. Okay, Boxes-Schild. Jo, was geht? Ich nehme nur eben mal die Haltestelle mit. Hey, das ist unser Bus-Stopp. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ich hasse die. Ist allgemein Team Skull eigentlich beliebt? Ich glaube, Team Skull ist mein... das unattraktivste Team bis jetzt. Ich glaube, weil sie schlecht übersetzt sind. Ich glaube, eigentlich reimen die und rappen und sowas. Haben sie einfach nicht auf Deutsch übersetzt dann. Oder halt vielleicht einfach eins zu eins übersetzt. Ähm... Flücker? Gut, gut. Stimmt, diese Infusion. Halt kommt Knogga. Jetzt kommt Knogga. Ich dachte, 30. Knogga. Knogga. Wenn Knogga irgendwas Hypnose-mäßiges lernt, dann wird das mein Fangmon. Aber ich glaube nicht. Aber Druckschlag reicht vielleicht. Nice. Ich habe diese Bewegung mit seinem Stock nie gesehen. Für mich war Knogga immer so mystisch und böse. Und in Wirklichkeit ist es einfach dumm am Rumtanzen. Aber es ist trotzdem cool. Was sieht cool aus? Du kennst das nicht! Du kennst nicht Knogga? Das ist doch nicht Route mit Velosi. Stell dir mal vor, ich hätte vorhin ewig gesucht. Und nochmal. Nicht diese Form. Okay. Aber es ist die bessere Form. Hallo Mr.Devus. Ich weiß gar nicht, wer Nappa ist. Happa Happa für Papa Nappa. Ich bin jetzt gar kein Flug mehr. Das heißt, Flücker hat gar keinen Stab mehr. Ich finde das doof. Es sollte Fluggeist sein. Oh ja, es ist ein Starter. Das hat nur ein Pokémon. Nappa war der Große, der mit Vegeta zusammenkommt und auf die L kam. Der Glatzkopf war Nappa? So hieß der. Raditz, Vegeta und Nappa. Oh. Du meinst den, der in die Luft gejagt wurde von der kleinen Pantomime, das aber nichts gebracht hat? Nappa war ein richtiger Lappen. Nein, der Lappen ist... Wie heißt der? Wie heißt der? Nicht Tenshinhan. Doch, heißt der Tenshinhan? Nee, der mit den drei Augen heißt Tenshinhan. Wie heißt der? Im gleichen Outfit wie Goku und Krilin. Der mit dem roten Outfit. Der Freund von Bulma. Wie heißt der? Yamchou? Gott, was für ne... Was für ein... Tenshinhan. Schande. Was für ein Lappen. Yamchou war der Lappen, ey. Äh, Klaue. Ich hasse Bäume. Nein, es ist normal. Es ist normal, Silbarro. Jeder Vogel ist normal. Okay. Wo muss ich hin, um meinen Akku zu entwickeln? Ich will es jetzt mal entwickeln. Erste Insel hat jemand gemeint und dann bei so einem Berg. Ich glaube, er ist in der Hand des Bär. Nein. Oh, war nicht 30? Ist 30 nicht am Vierer-Time? Nein. So. Ja. Der Kokowai-Bus. Süß. Kann ich später auch so in den Tunnel und böse, böse Pokémon bekämpfen. Ich hoffe, das neue Dragon Ball Game nächsten Monat taugt was. Ich find's faszinierend, wie die noch nicht aufgegeben haben. Aber ich glaube, mehr Leute spielen die Dragon Ball-Spiele, als man denkt. Aber es gibt so viele Game-Franchises, die einfach aufgeben, sobald ein, zwei Spiele schlecht sind. Aber Dragon Ball hat nie aufgegeben. Dann bekommen wir unser Donarion. Wo muss ich hin dafür? Hallo, Coonet. Hallo, Coonet. Ich hab dieses Kakarot-Spiel gespielt, aber ich bin nie so weit gekommen, dass ich Charaktere kaufen konnte. Coonet! Coonet, danke schön für drei Monate. Okay, mal schauen, ob ich mich erinnere, sonst gucken wir nach. Wo ist die erste Insel? Moment, wie ändert man die? So. Muss ich dafür... Ah, ne. So. Das ist, glaube ich, die erste Insel. Und dann irgendein Berg. Bucht. Meer von Mele-Mele. Meer von Mele-Mele. A Holy City. Stadtrand. Lilly. Blumenmeer. Friedhof. Strandhöhle. Ich merk keinen Berg. Was für ein Berg. Glühberg. Hallo, Nick. Ich seh keinen Glühberg. Auf der zweiten Insel. Es war aber auch kein Glühberg. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es so früh kommt, oder? Ist auf der zweiten Insel. Aha. Ist auf der zweiten Insel. Glühberg. Wähler. Wo ist der Glühberg? Ich seh keinen Glühberg. Diktatungen. Routique. Dann dritte. Rote zwölf. Rote dreizehn. Auf der Kapu. Wasserweg. Rote sechzehn. Wahrscheinlich steht da erst, was, wenn ich da bin. Kannst du schon auf Pampos reiten? Nein. Ich hab mich vielleicht verlesen, aber vorhin hat jemand gesagt, warum entwickelst du dein Akub nicht auf der ersten Insel auf dem Berg? Aber dann nicht. Dann halt nicht. Erst dann kannst du da hin. Ah. Na dann. Ich dachte mir schon, dass es ein bisschen krass wäre, von Anfang an Donarion zu haben. Na, altes Haus. Oh, der große Mast. Royal persönlich. Watscht. Leo, das ist Marlon. Erster Leiter der Sternwarte und der Verwalter der PC-Box. Ich habe hier drei Spirits. N0 mit einem Nidorina. Genen mit einem Duodino. Und Kira. Ich weiß nicht, wie das heißt. Siaogon, Elektro-Dodon, irgendwas Pescagon, Pescarogon, irgendwas zusammengewürfeltes. Hallo, Tobi. Hallo, Tobi. Stahl. Oh yeah. What? Vorher ist es so stark. 151 und 251, also Celebi und... Achso, Mew. Süß. Es sieht aus wie ein... Naja. Mew und Celebi. Bisschen süß. In der Hokulani-Sternbatte beobachten wir mit Hilfe von Pokémon wie Togedemaru und Akub die Sterne... Togbe. Mein lieber Akub, es wird Zeit, dass ihr was zu fressen bekommt. Warum beobachten die das? Stimmt, es war ein Shiny Celebi. Schenkt mir einfach Geld. Zu welcher Gen kann man die Fusion eigentlich machen? Du selber kannst die Fusion machen mit Gen 1 und Gen 2. Weil danach gibt's Lücken. Und es wär blöd, wenn ihr immer zufällig ne Kombination wählt, die es nicht gibt. Aber wenn ich auf den Knopf hier drücke, kommt etwas von allen Gens. Wie zum Beispiel Gardevoir und... Das Tentakel-Tier. Das passt nicht. Wer, wer, wie, 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 nein. Der Typ. Den kenn ich aus dem Anime. Hab ich mal gesehen. Tentakel-Tier. Ist das der Deoxys-Meteorit? Jupp. 20, das heißt... Hallo, ich bin's Heinrich... Heinrich Eich. Sieht so aus, als hättest du mal ein paar Sticker Kantei-Strand vorbeischauen. Wahrscheinlich ist der Kantei-Strand einfach am Ende vom Spiel. Das heißt, ich könnte mir jetzt schon einen Herrscher abholen. Das muss ich jetzt zweimal machen. Ich muss in beiden Spielen alle Sticker sammeln. Wo sind denn die Akub? Sind die draußen? Jupp. Die Akub-Armee. Ja. Ja. Eins sollte noch fehlen. Na toll. Wir müssen auf eine Fetch-Quest. Drei Stück sogar. Die heilige Zahl. Okay. Wo sind die Akubs? Akupe. Akup-Akupupen. Akup-Pups. Watt. Nancy. Das kann auch Scham-Bolzen, das Pipi, glaube ich. Nicht austauschen. Nein, unser Fluffel-Loaf muss bleiben. Nein, ich habe nur... Nein, 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 nein. Ich habe kein Prox-Atoxin. Wirfst du die Spirit-Zettel weg oder hebst du die auf? Die werfe ich weg. Was soll ich mit denen? Manchmal, in seltenen Fällen, bekommen die Zuschauer die zugeschickt. Hör auf. Jetzt habe ich irgendeine Attacke, die den Fluchtwert extrem steigert. Das wäre der Horror. Schon Horror genug. Ah, was ist das? Nice. Das ist ein Landhorn auf Kriegsfahrt. Muss ich jetzt echt hier runter gehen für die Akup? Oh, da ist Pam. Lern ich das von dir? Nein. So, und hier gibt es jetzt wahrscheinlich Methenos. Und die TM. Oh, ein Wechsel. Schon, gell? Pipi hat einfach ein bisschen Taktik ausgepackt. An Helm brauchen wir nicht. Oh mein Gott. Luf, 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 nein. Die ganze Luft ist aus dem Körper. Hallo Fabian. Komplimator, Steigerzeuger 2, den Fluchtwert. Wow. Was für eine asoziale Attacke. So, der dreht sich jetzt andersrum. Oh, okay. Er hätte sich auch andersrum drehen können. Vielleicht das erste Kleinstein, was wir sehen. Hint fort mit dir. Was? Nahnsteine habe ich auch nicht verstanden. Ich weiß, das benutzt man auch im Competitive, aber... Ich verstehe jetzt nicht, warum das... Oder kombiniert man das mit einer Attacke wie... Brüller. Egal. Was macht dieser Golfspieler da unten? Was ist das, der Golfspieler? Ernsthaft? Wie geil. Das ist so dumm, als ob ich nicht einfach sagen könnte... Was? Du willst was? Okay, alter Mann. Tschüss. Und einfach weggehe. Aber nein, ich bin gezwungen. Sobald sich Blicke treffen... Oh mein Gott. Ist man gezwungen. Warum kommt es nicht in seiner Schale raus? Sind die in Trainerkämpfen... Oh, ach so. Damit man die Farbe noch schön sieht. What's your name? Es er geht. Was ist das nochmal? Was ist das nochmal? Warum kenne ich das? Ist das der Donald Trump Golfer? Florimon, du bist ein Lamus. Ich habe da jede Farbe. Ist das auch wichtig? Ist das wirklich? Ist das nochmal? Gut. Ich habe jede Farbe. Neu, Irgreich- Ist das alles? Oh, was ist das? Ich habe jede Farbe. Ich habe jede Farbe. Ich habe jede Farbe. Es war einfach nur ein Clip, ich dachte gerade, es war irgendeine Serie oder so. Sowas ähnliches gab es ja bei South Park auch, aber stimmt ja. What's your name? I seek you. Fuck you, seek you. Stimmt. So gut. Was ich meinte ist, wo sich, wo, wie heißt nochmal, die zwei Kanadier mit ihren Foots-Serie. In South Park, Terence and, Terence and Phillip. Die werden quasi verstoßen von irgendeinem Land, wahrscheinlich von Kanada. Und dann treiben sie so davon auf so einer Schorle, auf so einer Eisschorle. Don't call me buddy, friend! Don't call me friend, pal! Don't call me pal, dude! Don't call me dude, buddy! Don't call me buddy, pal! Ich bin nicht dein Kumpelfreund. Genau, genau. Und auf Englisch klingt es cool, aber keiner sagt, ich bin nicht dein Kumpelfreund. Die sagen da fünf verschiedene Sachen immer wieder. Not call me . I'm not your buddy, friend. I'm not your friend, buddy! Ehhhhh Hallo TZ Fuck you Fuck you What's your name What Tony Fuck you Fuck you What's your name What's your name Ezekiel Ezekiel doesn't fucking sucks Hey Guess what I did last night Don't you fucking bring my mother to this My mother Guess what I did What I built that fire over there Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Ist das zufällig die Exakt der gleiche Schauspieler Einfach nur Also was heißt Schauspieler Ist das nicht einfach die gleiche Person Die sich einfach gefilmt hat von der anderen Seite So wirkt es ein bisschen Großartig What's your name Tony Fuck you Tony Er hat echt jede Farbe Aber gibt's nicht sieben Kannst gar nicht alle Farben haben Soweit scrollen ey Inzwischen Ich meinte wir haben Silvaro Oh mein Gott Boom Boom Ja dann 4 Ich sammle so viel XP Ich werde unbesiegbar sein Wie keiner vor mir war Was bist du denn Pokémon Sammler Philipp Das bin ich Oh ein Quartermack Ein neuer Spawn Ein neuer Gegner Noch nie gehabt Wie besiege ich dich Na mit Z-Kraft Die apokalyptischen Reiter Und ihre Feuerattacke Oder wie auch immer Das dauert schon lang Vor allem jedes Mal Dass man vor allem jedes Mal Sich die Animation anschauen muss Mit dem Anfang hier Also sie hätten ja machen können Ab hier Bei Mega Entwicklung Kommt auch nicht jedes Mal Die komplette Entwicklung Sondern es wird abgekürzt Irgendwann Und hier jedes Mal Mit Tanz Stopp Einfach schämt Ist Z-Attacke immer schneller? Ne Ich bin einfach schnell Wow Nice, nice, nice Wir brauchen Amphira Kommandotarm Psycho Nochmal Psycho Normal Hat Knogger schon ne Geist-Attacke? Ne Verdammt Komm Komm Akob Akob ist einfach Der Carrier Das ganze Team Ist so gut Das Viech hat noch keine schlechte Attacke gelernt Das sind nur Banger Die es raushaut Die ganze Zeit Würde es abgekürzt werden Wäre es weniger ästhetisch Ja Ich wäre ja fein damit Wenn es einfach nur in Optionen Eine Möglichkeit gäbe Es abzuschalten Es gibt ja bestimmt Leute Die es jedes Mal sehen wollen Wobei ist es ausgeschalten Wenn ich allgemein Attacken wegmache? Wenn ich einfach sage Keine Attacken Dann sollte das doch auch Einmal nur ein Duff Sein Dann ist ja okay Wo sind denn die Akkups? Gen 9 habe ich gemacht Als Gen 9 rauskam Ich kann nicht wirklich ein Video zu Gen 9 machen Vor allem ist in Gen 9 nichts besonders Außer vielleicht kurz Ähm Außer vielleicht kurz Dummi Miesel und Sweeps Der Rest ist Lauf rum und fang Also ich Selbst wenn ich es nicht schon gemacht hätte Ich wüsste nicht über was ich da reden soll Nur der Tanz ist dann nicht geskippt Das heißt Wenn ich Wenn ich Attacken ausschalte Kommt trotzdem Jedes Mal davor Der Tanz Und dann die Attacke Selber ist weg Ihhh Und dann Ich will ja genau den Teil Will ich nicht haben Der Tanz ist das eigentlich Was nervig ist Die geile Attacke Kann gerne kommen Ja in Gen 8 Giggas Ich meine man könnte alle Terras Ich habe ja Ich sammle ja alle Terras Darüber könnte ich ein Video machen Aber das ist halt dann einfach Und dann habe ich bei jedem Event mitgemacht Und ich habe Epitaph genommen Und habe immer gewonnen Okay die Akkups Ich habe sie verpasst Die waren irgendwo da oben Und man könnte natürlich auch Alle Stellar Pokémon einmal fangen Aber das ist alles einfach Nichts Besonderes Wo hast du deine Akkups versteckt? Neee da war ich gerade Sag mir was willst du Akkak Akkak Hä? Hä? Das oder was? Was? Das ist so einfach? Okay Ich dachte vielleicht die andere Haltestelle Oder sowas Ist ja unverschämt Einfach A drücken An den Stellen Wo A erscheint Also die Die Herausforderungen hier Die Rätsel Die Quests Keine Ahnung Die sind wirklich ein Witz Das ist eine Unverschämtheit Das Knoggertanzen hat den Vogel abgeschossen Also das ist peinlich Lobbyist Beast du bist ein Gang Teddy Ursa Teddy Ursa Für Beast Wie einfach möchte das Spiel sein? Ja Das ist halt das komische Weil das Spiel an sich Die Kämpfe und sowas sind Sogar relativ herausfordernd Sie sind zumindest nicht geschenkt Wie in Gen 6 zum Beispiel Aber All der Rest außenrum Ist halt für Babys gemacht Hier wird angezeigt Welche Schwächen Pokémon hat Jeder Quest ist einfach Das offensichtlichste ever Nicht für mich Ich dachte mir halt jetzt Okay ich muss losgehen Und die Akkups hinter irgendwelchen Steinen finden Muss ich versteckt haben Und dann gegen sie kämpfen Oder Nein Ich gehe dahin Wo Fett A steht Okay sind sie jetzt bereit Um zu dem Tipi zu gehen? Möchte ich das eigentlich machen? Hey sie sind wieder da Okay sie sind nicht wieder da Ich denke zu herausfordernd Professor Jakobs Jetzt fehlt nur noch Seabug Der Erika zieht es aber auch Immer an die seltsamsten Orte Okay du meinst aber nicht Den da der da hinten links ist Oder? Den meinst du nicht? Wie hangst du nicht? Das ist Übrigens, Herr Professor, Sie haben mich angerufen, dass Sie mir ein Herrscher-Pokémon geben wollen. Und jetzt finde ich sie hier. Okay. Ich meine, Sie hätten mir das Herrscher-Pokémon geben können, wenn wir uns schon sehen, aber okay, ich suche sie da, wo sie gesagt haben. Er setzt Z-Kraft ein. Bin bereit. Ich werde ein Schild an jedes Giga einsammeln. Ja. Was bringen die Herrscher-Sticker? Wenn du die Herrscher-Sticker sammelst, bekommst du die Herrscher geschenkt als Pokémon. Du kannst die Herrscher nämlich nicht fangen, aber du kriegst sie, wenn du alle Herrscher-Sticker einsammelst. Nicht, warum mache ich irgendwas? Warum mache ich die Imitator? Ah. Oh shit. Akub wieder. Akub einfach carried. Akub geht durch. Wenn ich dich eine Zett-Attacke einsetzen lasse. Was will der denn? Was kommt denn? Absol. Ja, weiter. Ah, der darf. Der darf. Ich will sie sehen. Zeig mir die Attacke. Nur deswegen. Kreuzschere. Du musst bei Herrscher auf Geschlecht aufpassen, denke ich. Das kann sein. Oder beziehungsweise wahrscheinlich sehr sicher, oder? Aber gut, dass du es sagst. Ich werde es bestimmt vergessen in dem Moment. Oh mein Gott. Es ist mir eine Ehre, nicht überlebt zu haben. Absolut. Absolut schon. Dann mache ich jetzt aber auch eine Zett-Attacke. Du wunderschönes Tier. Der Mut. Beim Fähre muss ich nicht drauf achten. Hallo? Okay, es ist aber auch stark anscheinend. Darf ich zuerst? Oh shit. Der macht mich fertig. Warum bist du so schnell, Absol? Ich bin Silvaro. Der Mächter des Himmels. Der Mächter? Der König des Himmels. Hallo? Stopp, stopp, stopp! Was? Es sind nur Volltreffer. Nachttrieb ist... Aber Nachttrieb ist noch nicht immer Volltreffer. Ich verliere. Mein Knall hat keine Chance. vielleicht habe ich eine chance alter sein ab soll einfach one hittet alles von mir krass könig des hemis ohne typ flug ich spiele ultramond das ist für ein absol gewesen jetzt ja tiefe voller iv wert was ist jetzt mit diesem akub an seltsamen orten sagt jetzt nicht dass ich hier wieder ein fettes a einfach nur finden das nehme ich ich check das neben dem bus auch wenn sie sein kann kann es nicht sein das ist es ich hasse ich hasse die quest ich muss noch das letzte okay also da waren drei akubs ich habe alle drei akubs gefunden dann sagt er oh jetzt fehlt nur noch das eine obwohl ich es gerade gefunden hatte wo wird es sich wohl versteckt haben ich denke mir okay ich habe schon drei gefunden also wird es nicht das dritte sein was da hinten steht was ich gerade gefunden habe vor allem weil er sagt wo wird es sich wohl verstecken was ist das was am ende komplett im blickfeld einfach nur rum steht so ein also das ist doch das ist das ist doch als ob ich bb blocksberg spielen würde fulltime b du bist ein lavita aber nix gegen akub er kann nichts dafür es gibt die swap breeding methode noch nie gehört das ist echt dumm habe auch geflucht es ist so dumm genau dora the explorer wo ist das akub ich kann dich nicht hören in spanish por favor el akupo behind you hallo mr suberg hallo einak zweiak und dreiak sind auf dem verschiebomat sind bereit ihren strom mit uns zu teilen dass wir sie jetzt in einer reihe schieben oder so was ist die prüfung zuerst muss alle akub auf dem verschiebomat miteinander verbinden sind sie mit dem strom den muss die akub abgeben betreiben eine maschine ja 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 man kann auch ein kabel benutzen aber okay aber gut die akku machen strom kann es aber den akku ein leicht einfach ein kabel in den arsch stecken ok ok verstanden potenzial für ein cooles rätsel bei dem man tatsächlich nachdenken muss mal schauen ok potenzial es ist als erstes war das tutorial nach dem tutorial wie cool ist Meine Gehirnzellen haben gerade sehr, aber sie sind noch nicht vorbei. Außer das ist das Herrscher-Pokémon. Ich glaube nicht. Bring mich um. Elikid. Das wird ein Elikid-Spiel. Woher hast du denn diesen grandiosen Witz? Was ist deine Meinung zur Arena-Prüfung? An sich habe ich nichts dagegen. Es ist das gleiche wie Arena damals und Top 4 und was nicht alles. Aber die Prüfungen hier sind einfach sowas von langweilig und für Babys gemacht. Es ist... Ich meine, sie wurden immer einfacher und Gen 9 und Gen 8 sind auch nicht schwer, aber... Das hier ist wirklich eine Frechheit, wie einfach es ist. So, hätte ich mal meinen Pamparos dabei. Vielleicht hätte ich das... Ich konnte doch nicht wissen, dass es hier um Elektro geht. Ich habe es gerade perfekt gemacht und trotzdem habe ich die Strafe von einem Elikid gekriegt. Die Rätsel waren früher besser. Ja. Oh nein. Was tun wir? Ich drehe das hier um. Oh, es geht sogar. Es war noch nicht meine Absicht. Ich wollte es gar nicht drehen. Ich wollte nur schauen, ob es überhaupt geht. Ähm... Gut, alles First Try. Es war schon ein bisschen besser. Es kommt ja hoffentlich jetzt noch eins. Es gibt schließlich 9 Akkus hier. Jetzt kommt dann Ele-Tek. Dann kommt Ele-Vol-Tek als... Als Herrscher. Nee, jetzt kommt wahrscheinlich Donarion als Herrscher, oder? Oder... Togedemaru. Oder... Silbaru. Gute Wahl. Es ist schließlich kein Flug mehr. Nicht sehr effektiv. Ich dachte, ich sei ein Vogel. Ja. Es wäre hier ein Shaman zu Hause. Boom. Wow. Okay. Hallo, Muck. Anscheinend tauchen immer größere Pokémon auf. Ja. Lass mal jetzt ein volles Brett machen. Ich weiß nicht. Ich habe vergessen, in welche Richtung gehen die Dinger dann? Gegen. Im Uhrzeigersinn? Warte mal. Vorne ist es... Im Uhrzeigersinn, glaube ich. Warte, war so rum? Also kann ich es auch so rum? Es ist egal wie, oder? Ach, shit. Okay, okay, okay. Ich habe einen Fehler gemacht. Du hast alle Akku miteinander verbunden. Okay, das war ein Rätsel, wo ich sagen kann, okay, es ist nicht... Es ist natürlich nicht schwer, aber es ist wenigstens... Ich muss kurz nachdenken. Z. Z bestätigt. X, Y, Z. Und da ist jetzt so ein echtes Donarion drin, was einfach seit Jahren gefangen ist. Und so eine eiserne Jungfrau um sich rum hat. Gen 7 ist schon wirklich kein Bringer, musste mich echt durchzwingen. Es geht. Ehrlich gesagt habe ich es schlimmer. Mir schlimmer vorgestellt. Dadurch, dass die Kämpfe tatsächlich herausfordernd sind, im Vergleich, finde ich es eigentlich besser, als ich dachte. Ich dachte, die Kämpfe sind auch noch ein Witz. Aber die Dialoge und die Quests und sowas sind echt ein bisschen Kinder... Kinder-Kacka. Mehr als... Es sein müsste. Toge! Toge! So, ich bin jetzt nicht so vorbereitet auf dich. Ich habe jetzt nicht mal meinen Pampros dabei. Schaut so grimmig. Chill. Ja, die Ultras sollen schon besser sein. Ein paar Sachen, ein paar unnötige Sachen rausgemacht. Okay, wir machen einfach... Was ist eigentlich gut gegen Elektro? Es ist ja nur Boden, was gut ist gegen Elektro, oder? Es ist ja sonst nichts. Warte, ich warte auf meinen Z, weil ich glaube, der macht doch... Der ruft doch bestimmt jemanden. Und ich weiß gerade nicht, ob Z geht auf alle Attacken? Gibt es auf alle Gegner? Was ist das? Sprungfeder? Wusau. Wusau. Ich kann nicht mehr fliehen. Ich glaube, das wollte er auch nicht mehr. So, was kriegen wir denn hier als... Okay, ja. Was ist die Taktik hinter dem? Ich will nur kurz testen, ob wenn ich jetzt Z-Kraft mache... Sollte er mir doch zeigen. Ja, ich muss auswählen. Okay, dann... Dann, 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 dann nicht. Dann jetzt nicht. Dann mache ich so lange, bis ich draufgehe. Und mache jetzt nochmal Schattenfessel. Auch wenn es ein bisschen Witz ist. Oh Gott, wie es hochspringt, ey. Mach du jetzt wenigstens... Nein, er macht nicht die Schattenfessel auf das andere. Ja, das wäre auch ein bisschen zu intelligent. Kann ich irgendwas rufen, was dem ausweichen kann? Nee. Nee. Was sind grob die Unterschiede? Das kann ich dir nicht sagen. Das musst du googeln. Ultra-Wurmlöcher sind sehr spaßig und gut zum Scheinjanten. Ja, so anscheinend das Endgame. Also wenn man die Story durch hat, dann ist das Spiel echt cool. Aber bis dahin soll es halt... Es ist halt anscheinend... Ich finde auch ein bisschen einfach eine Qual, da sich durchzuklicken durch die ganzen Sachen. Ultra... Grob gesagt, bei der Ultra-Version gibt es halt eine längere Ultra-Story am Ende. Das ist das Einzige, was sich inhaltlich geändert hat. Und der Rest ist, dass halt so Sachen verbessert wurden. Und das Tutorial ist schneller vorbei am Anfang. Du kannst schneller Pokémon fangen. Was wir vorhin gesagt haben, Pokémon können im Kampf nur einmal SOS rufen. Damit es halt nicht mehr so super nervig ist die ganze Zeit, wenn ein Gegner einfach nicht aufhört, Freunde zu rufen. Aber... Du musst da einfach nachgucken, was die Updates sind. Es steht auf Poké-Wiki. Aber es gibt keinen Grund, glaube ich, Sonne und Mond zu spielen. Das ist so bei jedem Pokémon-Spiel so. Die Extra-Version ist immer besser. Ich mache jetzt Z-Kraft-Funkenflug und hoffe, dass ich lebe noch dann. Aber ich komme sicher nicht als erstes dran. Stopp! Fuck! Ja, ich habe keine Chance. Aber ich glaube, wenn ich Pampros mitnehme, dann wird es nicht so schwer. Platin kam doch nach Diamant und Perl. Ja, Platin ist die Special-Version von Diamant und Perl. Was wir rützen und rufen Zitter Orb. Ja, ja, das haben wir am Anfang des Streams. Wir haben auch Snowbeelikat heute mit Zitter Orb geholt. Warum hast du nicht Funk-Sprung gemacht? Du kannst mir nicht sagen, dass was ist passiert? Folterknecht hat doch jetzt nicht Funk-Sprung einfach gecancelt. Was ist das für ein Kack-Kampf, ey? Keine Chance. Oh, ich übernehme das. Weil ich Elektro bin. Warum jetzt mach einen geilen... Mach eine geile Attacke jetzt. Blitzfänger von Torgadell. Achso, Blitzfänger wirkt. Warum wirkt denn Blitzfänger für Panzer Ehron? Das wusste ich nicht. Das ist eine Gruppen-Attacke-Fähigkeit-Dinge. So ein Scheiß. Wow. Jetzt schützt er sich. Ist er auf dem 3DS? Nein. Siehst du nicht? Die wunderschöne Full-HD-Grafik. Alter Knecht. Was ist das für ein Scheiß-nerviger Kampf? Jetzt haut er ab. Jetzt haut er ab. Blitzfänger-Fähigkeit. Du hast es geschrieben, ja. Aber ich gucke nicht dauernd, was ihr schreibt. Und wenn, würde ich auch nicht verstehen, was du damit meinst. Ich muss dasselbe erleben. Wow. Wie ich immer noch lebe, ist einfach krass. Oh, es hat... Ja, genau. Ist noch ein bisschen was. Ja. 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 Das war's für heute. Wenn wir jetzt sagen, mein Knocker ist nicht schneller als Togidimaru. Überleb. Jetzt musst du überleben. Okay. Mehr. Mehr. Ich fände es eigentlich logischer, wenn der Bumerang wegfliegt. Also durch und durchfliegt und auf dem Rückweg wieder reinfliegt. Weil deswegen trifft er doch zweimal, oder? Ist doch der Witz daran. Volterknecht! Ich überlebe eh nicht, oder? Ich könnte das Panzer Eron vielleicht mit Volverock wegkriegen. Dafür müsste ich jetzt aber überleben und Knochenerang machen dürfen. Da ist ein Schädel. Uuuuuh, lässt mich Panzer Eron in Ruhe. Stahlflügel. Uuuuh. Ah. Es hätte sein können. Es hätte, es hätte vielleicht funktioniert. Es ist die Frage, ob ich jetzt mit Volverock Panzer Eron wegkriegen gekriegt hätte. Aber es kann auch sein, dass Volverock irgendwie noch Togidimaru killen kann. Ich kann wieder Z einsetzen? Ach, weil es vorher nicht geklappt hat. Okay. Dann Felskrab auf Togidimaru. Oder soll ich auf Panzer Eron Felskrab machen? Ne, Togidimaru muss weg. Panzer Eron macht nicht so starke Attacken. Ja genau, schütz dich vor meiner Z-Attacke, du kleiner dummer Fettsack. Und jetzt muss ich mir trotzdem die Kack-Animation anschauen, obwohl sie nicht funktionieren wird zu 100.000%. Ah, und dann ist es noch nicht mal eine AOE-Attacke. Ah. Als ob ein Schutzschild gegen sowas hilft. Ich hab mich geschützt. Nicht sehr effektiv. Wie nicht sehr effektiv? Wegen dem Schutzschild nicht sehr effektiv. Ach, weil du Stahl bist. Stimmt. Togidimaru ist Stahl. Trotzdem. Oh, ist das anstrengend. Dieses dumme Tier. Aber Fuchtler sollte doch... Bin ich normal? Ja, ich bin normal. Warte, ich guck kurz. Volverock ist Normalstein. Ne, nur Stein. Ne, okay, 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 okay. Vielleicht auch nicht Fuchtler. Felsgrab würgete... Aber Felsgrab... Bringt Felsgrab Togidimaru um? Das hätte so... Also Z hätte es auf jeden Fall umgebracht. Donnerzahn hat keinen Stab, aber dafür ist es effektiv. Aber Felsgrab ist die stärkere Attacke, oder? 60. 65. Okay. Donnerzahn ist sogar die stärkere Attacke. Aber es ist nicht effektiv. Aber das hier ist super uneffektiv. Ah, was mache ich bloß? Felsgrab... Ich mache Felsgrab. Oh, warte, 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 warte. Felsgrab, beides ist... Ich mache Felsgrab. Oh, dann mache ich Fuchtler. Fuchtler ist... Fuchtler ist 120. Oh, dann mache ich... Dann mache ich... Aber dann mache ich normal auf Panzer Ehron. Das ist ja auch super dumm, wenn ich überlebe. Ah. Ach, Donnerzahn kann gar nicht funktionieren. Du hast vollkommen recht. Okay. Auch Fuchtler... Verwirrt mich. Ich weiß nicht, ob Fuchtler weitergeht, wenn Togedemaru weg ist. Eigentlich soll es schon weitergehen, weil ich die Attacke ja mache. Nee, ich mache Felsgrab. Aber Felsgrab wird wahrscheinlich Togedemaru nicht killen ohne Z. Du kackt hier. Warum Stahl ist so stark. Stahl ist so stark, ey. Wie er nicht angegriffen hat. Wie er nicht angegriffen hat. Okay. Noch nie so einen spannenden Kampf gesehen. Dann hast du noch nicht viel Medien konsumiert in deinem Leben. Okay. Aber ich war auch nicht vorbereitet. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es da jetzt zum Herrscher geht. Ich dachte, es wäre einfach eine kleine Quest. Ich wusste noch nicht mal, ob ich die machen muss. Aber ja, ich nehme natürlich Pamperos. 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 Dann ist das nicht mehr so schwer. Mache natürlich mein Fluffeluff weg. Und habe vielleicht... Das Nubilikat ist jetzt auch nicht der Burner. Lusardin ist jetzt auch nicht so krass. Traumpack ist jetzt auch nicht so intelligent. Ja, ich habe nicht wirklich was. Ich habe noch einen Dick da. Aber das ist nur 1,20. Und das macht ja... Toggedemaro macht ja wirklich keine Elektro-Tecke. Ne, so dann. Aber ich weiß nicht, ob ich mit Pamperos anfangen soll. Weil er springt bestimmt sofort hoch. Aber dann danach Dampfwalze. Aber damit treffe ich sowieso... Also Pferdestärke. Weil mit Dampfwalze treffe ich ihn überhaupt nicht. Aber das machen wir sowieso jetzt nicht. Feuer. Ja, ich habe Feuer dabei. Mollung. Was gewoneshottet wurde. Weil meine Z-Attacke... Nicht ging. Weil... Warum ging meine Z-Attacke nicht? Irgendwie hat er meine Attacke. Ne, ich wurde einfach gewoneshottet, glaube ich. Okay. Aber heute kann ich das nicht mehr machen. Heute ist Schluss. Viel wichtiger. Morgen kommt neues YouTube-Video. Es ist schon seit gestern Nacht. Auf Patreon. Morgen 16 Uhr. Shiny-Violord-Video. Ich habe draußen am Meer gefilmt ein bisschen. Shiny-Violord-Video morgen anschauen. Es ist lustig geworden. Ich glaube, es ist cool geworden. Und es ist so lustig. Der Anfang ist lustig. Aber ja. Shiny-Violord. Wie man Shiny-Violord fängt. Das größte Pokémon. In Shiny. Der Weltgeschichte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und... Bis... Morgen. Tschüss.